einen wunderschönen guten tag und willkommen bei elex ja wir sind mal wieder in der welt von magalan unterwegs lang ist her gute zwei jahre glaube ich dass das letzte mal elex 1 auf dem kanal gespielt habe ja und ich würde sagen wir starten mal ein neues spiel und gucken was passiert diesmal würde ich gerne auch vielleicht ein bisschen böser spielen vielleicht auch den einen oder anderen naja vielleicht vorzeitig schon mal umhauen ich würde gerne zu den klerikern gehen und ein bisschen magie fokussierter spielen bei den klerikern ich weiß nicht wie das wird müssen wir uns mal angucken ja und freut mich dass ihr alle am start seid leute moin moin was geht ich hoffe euch geht es gut und wir gucken uns mal das intro an haltet euch die ohren zu der planeten magalan unsere heimat vor 160 jahren wurde sie durch ein meteoriten ein schlag fast vollständig zerstört es gab überlebende die sich aus den ruinen der alten welt wieder neu erhoben die schwachen flohen in die wildnis wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem schutz der neu formierten gemeinschaften die staaten kämpften um die knappen rohstoffe und waffen die die alte welt ihnen hinterlassen hatte doch der meteor brachte nicht nur zerstörung auch ein neues bisher völlig unbekanntes element kam auf den menschen unglaubliche macht und die fähigkeit übermächtige technik zu entwickeln und viele arten von magie zu wirken doch das hatte seinen preis in seiner reinen form führte zu der generation der vegetativen systeme des körpers diejenigen deren geist stark genug war konnten diesen verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen abarten der gattung mensch sie nennen sich selbst die alps es dauerte nur wenige jahre bis die alps stark genug waren um den rest der freien menschen zu jagen und ihre existenz zu bedrohen seither fuhren wir einen erbitterten krieg gegen ihre ausbeutung und tyrannei einer der alt ein aufstrebender und siegreiche feldherr ist der effektivste unter ihnen wir nennen ihn die bestie von xarkor wir haben übrigens xarkor falsch geschrieben im intro im spiel wird es ganz anders geschrieben das ist schon eben Fehlen hier nicht irgendwie Geräusche? Untertitelung des ZDF, 2020 So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Ja, und da sind wir auch im Spiel. So, Jax, redest du nicht normalerweise die ganze Zeit? Oder ist er erst still? Ich traue mich fast schon gar nicht, irgendwas zu sagen, weil ich weiß, dass er gleich immer dazwischen plappern wird. Auf jeden Fall, schön, dass ihr alle am Start seid. Moin, Leute. Willkommen zu Elex. Und, ähm, boah, Elex an sich. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ja. Also, Elex an sich, ähm, war in vielen Punkten ja wieder besser als zum Beispiel an Risen 3. Ich mochte vieles an Elex. Ich finde auch, grafisch sieht es recht stimmig aus, wenn ich das jetzt so sehe auch. Ich habe es jetzt länger nicht gespielt. Und, ähm, hier passt noch alles zusammen. Mehr oder weniger. Aber es ist, äh, trotzdem nicht sehr beliebt bei den meisten. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, manche Geräusche, so wie im Intro, gerade gar nicht vorhanden waren. War das schon immer so? Oder haben die wirklich gefehlt? Bisschen komisch. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Ach, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Ja, Emotionen will keiner. Wer will schon Emotionen? Da kann man ihn ja gut verstehen. Das große Manko ist das Kampfsystem. Ja, das stimmt. Das Kampfsystem ist, ähm, sehr scheußlich. Daran musste ich mich auch wieder gewöhnen. So, Radde. Jetzt zeigen wir, was du kannst. Oh, nö. Warum ist denn der Fokus an? Den muss ich direkt mal ausstellen. Muss mal gucken bei den Optionen. Schwierigkeitsgrad. Ähm. Zielhilfe? Manuell. Wie geht das nochmal? Stell ich das dann nochmal ein, dass der... So, jetzt ist es nicht mehr im Fokus. Das ist tausendmal besser. Wer weiß da schon. Meine Haut? Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Eine meiner Cronie-Einheiten. O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Cronie O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Also Adrian, das finde ich interessant, wenn du sagst, du hast Elex 2 wegen der Kritik nicht ausprobiert. Aber, ähm, wenn dir Elex 1 gefallen hat, dann würde ich das Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren. Kann ja sein, dass es dir dann auch gefällt, ne? Man sollte sich dann schon eine eigene Meinung irgendwo bilden, oder? Man kann ja auch zum Beispiel bei einem Kampfsystem, da hat man ja diesen Kombometer da unten. Der füllt sich ja, wenn ich hier Attacken mache. Und da kann ich ja eine Spezialattacke machen, so wie diese hier. Aber es kostet ja auch gleichzeitig Ausdauer. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen im Widerspruch. Du hast halt die Ausdauerkosten, aber gleichzeitig sollst du viel angreifen, weil du deinen Kombometer füllen willst. Und je höher der Kombometer ist, desto mehr Schaden machst du, ne? Das ist dann so ein bisschen, ähm, merkwürdig. Schon wieder Elex? Ja, schon wieder, weil es hier ständig läuft auf dem Kanal. Spray Control. Läuft nichts anderes. Aber diese Attacken zum Beispiel, ne? Also daran muss ich mich wieder gewöhnen. An die Movesets der Gegner hier. Was zur Hölle ist das? Das ist ja echt fürchterlich. Ich glaube, an dem Moment hätten viele Elex wieder ausgemacht und nie wieder angemacht. Junge, Junge, Junge. Die ersten 15 Stunden war Elex 2 ja noch okay mit der Erkundung. Mit der Gildenwall und so. Danach wird es leider unglaublich repetitiv. Ja, das ist so. Das ist wohl so. Das Kampfsystem findest du gut. Problem ist die Ausdauer. Ich glaube, die Ausdauer kann man auch abschalten. Komplett, oder? Ging das nicht sogar? Warte mal. Schwierigkeitsgrad. Ausdauerkosten. Keine. Das probieren wir mal. Einfach mal keine Ausdauerkosten mehr. Amulett des Abenteurers. Was ich auch fürchterlich fand bei Elex war die Menüführung. Schlösser knacken plus 1. Rüstung plus 5. Persönlichkeit. Wer definiert denn seine Persönlichkeit über ein Amulett? Wo gibt es den Regler im echten Leben? Da musst du mal in eine Einstellung gucken, Zauberer. Ich will ja keine Schusswaffen benutzen. Ich will mit Magie spielen. Ich wollte mal die Magie ausprobieren. Da ist nichts mehr zu machen. Hier ist ja schon mal ein Bogen. Also was mir direkt fehlt, ist Quick Loot. Gerade wenn ich vom Returning-Spielen komme und jetzt hier alles so ultra langsam aufsammeln muss. Das ist zwar sehr immersiv. Ich fühle mich schon jetzt in diese Welt hineingesogen. Weil ich alles so lahmarschig aufsammeln darf. Aber naja. Warum ist hier eigentlich so Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Elex hat ein Magiesystem. Soweit ich weiß, hat jede Gilde auch Magie. Soweit ich weiß. Ich frage mich bis heute, warum Elex besser aussieht als Elex 2. Weiß nicht. Da steckt mehr Mühe drin. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde auch, dass Elex 2 unrunder wirkt. Wahnsinn. Es ist schon ein Plan, welcher Gilde du dich anschließen willst. Ich würde gerne zu den Klerikern gehen. Ich würde da auch gerne direkt hin und mich denen direkt anschließen. Also die Berserker komplett meiden. Passus 1. Die Jagd beginnt. Kallax. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Naja, wir machen das schon mit Kallax. Oh, Isis. Das wird wieder ein Ritt. Das glaube ich auch. Was labert die denn da? Das ist eine Elex 1 auf Froschmenschen. Ich glaube nicht. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah. Mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Und Amschka haut erstmal 50 Euro raus. Amschka. Was ist denn da los? Womit habe ich denn die 50 Euro verdient? Dankeschön, mein Lieber. Häuse ich sehr zu schätzen. Schmerzensgeld. Ah. Mann, du bist wirklich komplett durchgedreht. Achso, man macht ja gar nicht mit E-Quick-Loot, sondern mit X. Ja, und hallo Farmer und alle, die dazukamen noch. Hallo, hallo. Wieso ist das eigentlich so dunkel hier? War es schon immer so dunkel? Wo hab ich denn, wo hab ich denn Magnesium-Fackel? Hacken wir mal auf 10. Ich will mal gucken. Die bringen ja auch nicht so viel. Ja, und er kann nicht den Schrank aufmachen und die Fackel gleichzeitig halten. Das ist unmöglich. Diese Über- und Unterbelichtung in den Räumen und vor allem beim Wechsel von drinnen nach draußen waren super anstrengend im Spiel. Ja, ich merk es gerade wieder. Ich hab das schon verdrängt. Also draußen sieht die Belichtung ja gut aus, aber drinnen weiß nicht, gerade hier, da sieht man diese Überbelichtung, die du meinst. einfach tot. Geht's wieder? Geht's wieder? Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duraz. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt, nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Spielst du gut oder böse? Eigentlich wollte ich böse spielen, nur die Sache ist, ähm, hier ist es ja oft so, dass diese Kälte sinkt oder steigt, wenn man ja gewisse Antwortmöglichkeiten dann hat. Aber manchmal muss man auch emotional reagieren laut dem Spiel, weil dann die Kälte sinkt, weil du ja eher menschlich bist. Aber naja. Wir sind mal einfach, wir geben einfach gemeine Antworten. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ganz wie du willst. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. sag das noch mal, du Kröte. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpssoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ich glaube, ich gehe gleich mit Duras mit, aber dann hauen wir direkt ab zu den Klerikern. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Tatsächlich, selbst für einen einfachen Berserker wie mich bist du im Moment keine Herausforderung. Aber, das muss ja nicht so bleiben. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und die erst mal vernünftige Ausrüstung besorgen. Also, die Rüstungsdesigns in Elex 1 fand ich gut. Ja, in den meisten Fällen schon, denke ich. Ich fand nur, es gab sehr wenig Rüstung, oder? Moin, moin, was ist denn mit Duras Gesicht los? Ich weiß nicht, ich glaube, der hat schlechte Laune. Hallo, Basti. Ich sehe, wir spielen das Spiel, das ich bisher gemieden habe. Ja, jetzt kommst du nicht mehr dran vorbei. Jetzt ist es vorbei. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherpelt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliat liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Ja, 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 du, Rask, geh einfach. Aber ich denke, die meisten Rüstungen in dem Spiel sind ganz gut gelungen. Ich finde die Berserker-Rüstung hier auch cool. Eben hat's ja auch jemand geschrieben, in Elex 2 seien die dann richtig merkwürdig aus. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werke und Sätze auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt nichts mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Übrigens ist die englische Vertonung besser. PBR hat erlaubt die Texte umzuschreiben. Die merkt man auch deutlich. Keine Ahnung. Ich spiele nicht auf Englisch. Und niemand von den Streamern, den ich gucke, spielt Elex. Also werde ich es wahrscheinlich nie hören. Ich habe gehört, Gothic 1 soll auch eine sehr gute englische Sprachausgabe haben. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ja, Fabian Pauk, das Spiel wird mit der Zeit eigentlich auch nicht besser. Also zum Ende hin ist Elex 1 auch sehr kampflastig und hat die typischen Piranha-Arbeitsprobleme. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor zwei Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Höhete sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Kümmert dich das? Sie sind eurer Stadt immerhin ziemlich nah gekommen. Du meinst also, nur weil Berserker und Kleriker Krieg gegeneinander führten, sollte mich das nicht kümmern? Aus dir spricht entweder ein Pragmatiker oder ein Feind der Kleriker. Vergangenheit ist Vergangenheit. Heute zählt jedes Leben. Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt denjenigen vor Recht, die englische Sprachausgabe ist auch viel differenzierter und kommt weg von diesem sort of coolen Getur. Ja, das ist gut. Ich finde auch in Elex, beziehungsweise das war schon ab Risen 3 hat das glaube ich angefangen, da sind die Gespräche auch voll in die Länge gezogen. Es gibt immer noch so unnötige Nebensätze, die keiner mehr gebraucht hätte. Alleine das reist mich bei Elex 1 schon oft raus und bei Elex 2 ist es noch schlimmer, weil wenn du jetzt zum Beispiel nach Goliath gehst, da kannst du dich locker einfach vier Stunden unterhalten. Aber es wird vielleicht nur zwei Stunden was gesagt. Gehen wir durch die Ruin? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Und moin Xenity und hallo an alle anderen auch, die dazukommen. Wir gehen durch die Ruin. Hm. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Kann's weitergehen? Du kannst den Stromkasten hochfliegen, äh den Strommasten hochfliegen. Ja, ich weiß, da sind immer solche Plattformen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da oben unbedingt suchen muss. Hättest du mal Lust auf Dragon Age? Ich hab noch nie ein Dragon Age Teil gespielt. Duras, wenn ich laber, dann hältst du deine Mauer, ja? Was ich auch so geil finde, dieses Teleport-System wird ja auch nie erklärt. Wer hat das gebaut? Warum? Warum, äh, funktionieren die? Duras, du Lappen, hilf mir! Kannst weitergehen? Wie, Junge! Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Ja, also wenn ich mich mit irgendjemandem treffen, äh, will, dann hier. Und Amschka haut 20 Kanalmitgliedschaften raus. Amschka, es reicht jetzt, du hast eben schon 50 Euro gespendet, übertreib doch nicht so. Aber, vielen, vielen Dank natürlich, aber übertreib nicht. Also los. Ja, erfreut euch an euren Kanalmitgliedschaften. Kann ich das Spiel eigentlich ein bisschen heller stellen? Irgendwie finde ich das sehr dunkel. Was ist denn mit Gamma hier? Guck mal, ich habe das sogar schon heller gestellt. Ich mache mal, ich mache mal festweise so. Ich glaube, so ist besser. Ja. Oh shit. Uras. Also los. Du hast Großes vollbracht. Junge, Duras regt mich jetzt schon so auf, ne? Und ich komme mit dem Viecher nicht klar. Lasst mich vorbei. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Ja, Amschka, das freut mich, dass du eine schöne Lohnerhöhung bekommen hast. Aber das heißt ja nicht, dass du es direkt an mich weitergeben musst. Aber Dankeschön natürlich, weiß ich sehr zu schätzen, mein Lieber. So, ähm, hast du jetzt aufgeräumt hier, Duras, oder? Kann's weitergehen. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik, das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Hm. Ist das auf Ultraschwierigkeit? Das ist auf normal. Auf ganz normal. Ich hab einfach normal eingestellt. Das Gebetsbuch eines Klerikers. Ah ja. Kleiner Energiespeicher. Oh, wenn's ne Quick-Loot-Mod geben würde, ne, dann hätte ich die schon installiert. Nein. Ja. Ich kann sehr gut Jetpack nutzen, übrigens. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Egal, ich hab nicht gespeichert. Cool. Läuft bei mir. Ich brauche Gorn. Ich brauche Gorn, der mir sagt, dass ich speichern muss. Also los. Kann's weitergehen? Das ist auch die Sache. Bin ich jetzt hier wieder der, der angegriffen wird oder es ist Duras? Es ist diesmal Duras. Also ich glaube, ich muss noch ne Mod installieren, dass diese Magnesium-Fackeln mehr Licht machen. Das ist ja fürchterlich. Fertig? Ich glaube, Autosave ist sogar eingestellt, oder? Warte mal. Gameplay. Wir machen mal automatische Speicherung alle drei Minuten. Hast du keine Taschenlampe? Es gibt hier, glaube ich, keine Taschenlampe. Ich glaube, die gab es erst ab Elex 2, ne? Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Hm. Erledige, was du hier machen willst und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. So. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich gestorben bin. Oh Mann, ey. Also, ich finde es gerade echt schwierig, mich an diese Steuerung hier wieder zu gewöhnen. Aber das wird schon. Wenn man ja erst mal ein paar Stunden gespielt hat, dann wird das schon. kann man in Elex 1 eigentlich was mit der kaputten Öllampen außer verkaufen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind einfach Schrott-Items. Okay. Eine mächtige Heilpflanze. Ey, aber so ohne ohne den Nebel sieht die Welt eigentlich ganz hübsch aus, ne? Naja, wir gehen mal mit Duras weiter. Ich mag diesen Ort nicht hier wirklich. Tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Äh, Mr. D, ich wollte zu den Klerikern gehen und Magie ein bisschen testen. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xarkor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Wisst ihr, was ich auch so geil finde bei dieser Steuerung? Dass die Kamera bei gewissen Aktionen gar nicht mitkommt. Wie zum Beispiel bei der Ausweichrolle. Da hinkt die immer so ein bisschen hinterher, die Kamera. Also los. Ja, Illusionary, das war auch am Ende schon schwer mit der Kenya, muss ich sagen. aber es ist ja jetzt vorbei und ich muss es nie wieder sehen. Fertig? Ja, Max Mayer, ich kenne hier keine perfekten Taktiken, um am Anfang einen Gegner wie den Unhold da zu besiegen. Also mir ist das auch nicht so wichtig gerade. Ich will zu den Klerikern gehen und mich dort anschließen. Das ist meine Mission. Also los. Der Rest ist mir Wumpe. Wir kommen hier irgendwann bestimmt nochmal hin und dann schnappen wir uns dann den Unhold. Ich glaube jetzt, wenn ich noch nicht mal mit der Steuerung vertraut bin, dann brauche ich mich nicht mit dem Unhold anlegen. Außerdem bin ich doch gerade schon mit Duras unterwegs, der ist Unhold genug. Wie Amschka. Jetzt hast du so viel hier dagelassen und jetzt verziehst du dich einfach. Danke nochmal, ne? Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ne? Kann's weitergehen? Fertig? Nee, nee, Max. Ich will nicht leiden. Ich will einfach zu den Klerikern. Vielleicht leide ich da auch. Also los. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar. Danke. Vergiss nicht. Du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Dersagern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen? Wirst du Elix 3 spielen? Also wenn Elix 3 kommt, werde ich sie spielen mit euch zusammen im Stream. Ha. Was versteht ein Bilder wie du schon von solchen Dingen? Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Wieso braucht Elix 3 eigentlich eine Förderung, wenn PB von THQ aufgekauft wurde? Weiß man das? Weil es dann noch besser wird. Noch besser als Elix 2, hoffentlich. Und moin an alle, die dazukommen. So, habe ich eine Karte. Goliath. Ich will, das ist ja ganz schön weit weg, ich will ja hier hin zum Hort. Das wird ein langer Fußweg. Na ja, dann laufen wir mal. Wir machen das schon. Die Dialogen mit den Klerikern sind die Hölle, dass die alle so langsam sprechen. Alle in diesem Spiel sprechen langsam und viel. Auch Goliath dauert ewig, bis du da durch bist. Deswegen will ich ja Kleriker werden und dann nachher können wir uns zumindest dann als Kleriker vielleicht ein bisschen schneller durch die Städte bewegen, weil die dann nicht mehr so viel sagen, wenn wir schon einer Fraktion beigetreten sind. Nimm den Teleport bei der Kuppel. Stimmt, da war ja was, ne? Lass mich. Lass mich. Oder lass dich rekrutieren vom wanderten Kleriker. Wo ist der denn? Ich weiß nicht, wo der ist. Ist der auch in einer Kuppelstadt? Welche Fraktion fandest du ein Elex 1 am besten? Ich weiß nicht, die haben alle ihre Vorzüge und alle ihre Schattenseiten. Aber ich glaube, so von den Rüstungen und so, finde ich, glaube ich, ich glaube, die Berserker finde ich den Elex 1 noch sehr geil, weil das halt so ein bisschen mittelalterlicher angehaucht ist und das mag ich ja immer. Warte mal, laufe ich gerade richtig? Ich laufe nicht ganz richtig. Ich habe so noch die andere Steuerung hier im Kopf. Es muss mehr nach da. ist das Spiel irgendwie dunkel. Ich habe jetzt das Gamma schon hochgestellt. Es ist trotzdem voll düster, ne? Guck mal, ich habe Gamma. Hier ist schon alles so richtig hell im Menü. Ich habe hier das Gamma ist schon richtig hoch eingestellt. Ich glaube, wenn ich es so hoch mache, dann ist das übertrieben, oder? Sieht das jetzt im Stream besser aus? Bei mir ist das jetzt schon etwas überbelichtet. Ja, das hat alles keine Eile. Was für eine Tageszeit? Keine Ahnung. Scheint aber eher so Mittag irgendwie zu sein. Hallo, ist das eine Mod für Gothic 3? Ja, das ist die Jags-Mod. Nein, ja. Ne, Fabian, Kingdom Come Deliverance habe ich noch nicht gespielt. Steht aber auf der endlos langen To-Do-Liste. Super viele Menschen sagen zu Ihnen, dass die Welten einfach zu groß sind, wenn solches kleines Team sind. Bear mind, yo, das muss man, das muss eben nun so sein mittlerweile. Wir sind eben nur Mittelmaß. Hat er das so gesagt? Also wenn man selber von sich sagt, man ist nur Mittelmaß, dann sind glaube ich die Ambitionen irgendwie verkehrt, oder? Weil man könnte ja auch naja, die Teamgröße und die Kapazitäten aufeinander abstimmen, wenn man so hat. so sterbe ich gerade. Er hat sich aber auch sehr schön hingelegt. Oh nein. Warum gibt es eigentlich kein Dex? Machen sie ja jetzt. Max, die sagen das doch seit wie vielen Jahren jetzt? Bei jedem Spiel hatte man doch am Anfang immer irgendwelche Versprechungen und dann gab es nachher Ausreden mehr oder weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, also meine Hoffnung wurde bei Elex 2 zerschmettert. Ich habe keine Hoffnung für Elex 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in irgendeiner Form retten kann, dieses Franchise. Ja, Moppet, ich glaube auch nicht jeder Mob hat Fernkampfattacken, nur jeder zweite. Ja, Arik, die Kämpfe am Anfang, die gehen gar nicht. Also, ich glaube, ich kann jetzt, egal was ich versuche, ich glaube, ich kann diesen Wuffy da nicht besiegen. David, du hast mich schon verstanden. Bin ich, was mache ich hier? Und dann wird es einfach schwarz. Wie gesagt, ich werde Elex 3 spielen, aber ich werde da anders dran gehen, als bei Elex 2. Bei Elex 2 hatte ich noch Hoffnung, ich dachte, oh, Elex 1, da haben sie noch was Neues versucht, da mussten sie sich erst noch so ein bisschen abstimmen. Aber, naja, spätestens. Wie gesagt, wir spielen auf den ganz normalen Schwierigkeitsgrad hier, ne? Also, da nach 5 Jahren Entwicklungszeit, ich hatte einfach Hoffnung, bei Elex 2. Und dann hatte ich die ersten Spielstunden, sag ich mal, noch Spaß, für so 10 Spielstunden, aber dann war es vorbei. Dann war es einfach so langweilig. Die Story hat auch wirklich, also, wenn man das überhaupt Story nennen will, ne? Was findet ihr besser, Akania oder Elex 2? Also, vom Setting finde ich Akania besser. Aber man muss ja sagen, Elex 2 wird trotzdem das bessere Spiel sein, weil du hast zumindest verschiedene Quests, du hast Freiheit, du hast solche Sachen. Bei Akania bist du total limitiert, sonst hast quasi dann irgendwann nur noch Schlauchlevel. Aber das grundlegende Setting ist besser. Und hallo Atalay und natürlich auch hallo an alle anderen, die noch dazu kamen. Wattest du auf irgendwas Neues? Aufs Gothic Remake? Ja, die Wertung von GameStar und auch die Wertung auf Steam sind zu Elex 2 recht gut eigentlich, aber kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, viele haben immer noch das Denken von ach, egal was Piranha Bytes macht, ich mag's. Aber bei mir ist das jetzt vorbei gewesen. Na nun, ein leeres Lager. Erstmal ein Rezept für einen Steak-Teller. Da ist doch die magische Barriere. Oh shit. Ja, Zauberer, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich auch, woher das kommt, weil normalerweise kann Game 2 auch doch einfach ihre, also die können doch ihre Meinung sagen. Müsste man mal die Achievements vergleichen, Jorgensson. Also ich glaube, die meisten haben das Spiel nicht durchgespielt. Das kann man ja nachgucken, wer das Spiel bis zum Ende gespielt hat. Passt das jetzt eigentlich so mit der Helligkeit? Oder sieht das jetzt bei euch auch verwaschen aus? Wenn ich auf meinem Hauptmonitor gucke, dann sieht das sehr hell aus, aber auf meinem zweiten Monitor sieht das eigentlich okay aus. wird so sein, dass bei vielen Spielen so, ja, aber ich meine, es geht ja hier gerade um Elex und deswegen spricht man das ja dann an. Kommt der jetzt noch oder was macht der da? Wo war dieser eine Klerikertyp, der einen zwangsrekrutieren kann? War der nicht irgendwo hier oben? Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Hey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlord, und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Ray? Kenne ich nicht. Hm, pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ja, nee, Adrian, meine Monitoreinstellung werde ich jetzt nicht umstellen, weil ich Elex bei mir verstellt habe. Also, die anderen Spiele passen ja alles. Da werde ich ja jetzt nicht mal einen Monitor umstellen. Jun, ich check halt hier teilweise gar nicht, was passiert. Da sind sie doch, oder? Na, wen haben wir denn hier? Ein verirrtes Schaf auf der Wiese der Ungläubigkeit. Lass mich dir einen neuen Weg aufzeigen. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin niemand. Nur ein demütiger Diener Kalans, unserem Schöpfer. Du solltest dir keine Sorgen darüber machen, wer oder was ich bin. Was machst du hier draußen? Kalan hat uns entsandt. Wir suchen verlorene Seelen, so wie du eine bist. Wenn du möchtest, werden wir dir helfen, auf den rechten Weg zu finden. Wenn ich kein Interesse sage, dann nimmt er mich doch trotzdem mit, oder? Nein, danke. Kein Interesse. Das sehe ich anders. Ich denke, du hast Interesse. Denk gut nach, was du jetzt antwortest. Adriaan, das passt schon so. Es ist bei mir nur ein bisschen heller. Ich kann selber Suggestionen benutzen. Bist du viel Suggestionen abusen? Ich habe das noch nie benutzt. Du hast recht. Ich habe Interesse. Siehst du? Ich wusste es doch. Keiner kann sich dem Ruf Kalans entziehen. Kalan ist unser Beschützer. Kalan ist unsere Rettung. Und Kalan wird derjenige sein, der es uns erlaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Aber erzähle mir erst einmal etwas über dich. Und ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen. Wo hast du den Großteil deines Lebens verbracht? Wir lügen natürlich. Also den Großteil meines Lebens bisher habe ich Gehörst du einer Fraktion an? Nein, ich gehöre keiner Fraktion an. Ah, ein Führungsloser, sehr schön. Gut, gut. Und wie sieht es mit deiner Aggression aus? Hast du in deinem Leben, egal ob jetzt oder schon länger her, schon mal einen der freien Menschen umgebracht? Aber Isola, das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass ich das hat mich ja gerade nur verwirrt. Und hallo Tobias. Und hallo Himmelsläufer. Äh, hab ich schon mal einen umgebracht? Äh, nö, bisher noch nicht. Nein. Nein? Na, wenn du das sagst. Ich hätte dann nur noch eine letzte Frage. Und bei dieser Frage lasse ich dich nicht lügen. Hast du mich bei irgendeiner der vorherigen Fragen belogen? Ja, ich habe gelogen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber keine Angst. Wir haben sehr gute Suggestoren bei uns im Hort. Du wirst es dort mögen. Vertrau mir. Und jetzt schließe die Augen. Hör nur auf meine Stimme. Gleich bist du da. Deine Suche hat nun ein Ende. Du bist aufgewacht. Gut. Willkommen auf dem heiligen Boden Kalans. Du magst etwas verwirrt sein, aber das wird sich liegen, wenn der Effekt der Suggestion abklingt. Rainer, einer unserer erfolgreichsten Suggestoren, hat dich als neuen Rekruten auserwählt. Das sollte dir eine große Ehre sein. Junge, wenn ich so aufwachen würde, mit diesen komischen Schattenspielen, die hier kommt, da kommt erstmal He-Man und quatsch dich voll. Da kann ich mir schöneres vorstellen. Du wirst zwangsrekrutiert, wenn du schon Kleriker bist. Genau das wundert mich ja Isola auch, was Brother Tobias auch schreibt. Also dann müsste ja der Dialog anders sein, damit es überhaupt gar nicht zu dieser Suggestion kommt. Haltet ihr mich gefangen? Hier ist niemand gefangen. Selbst du bist freiwillig hier. Du musst verstehen, dass Rainer dir eine einmalige Chance gegeben hat. Egal, ob du dich dazu entschließen solltest wieder zu gehen. Dein Platz ist jetzt hier. Du bist auserwählt worden, die Reihen der Kleriker zu verstärken. Das solltest du niemals vergessen. Und jetzt geh und melde dich bei Reinhold, um mit deinen Prüfungen zu beginnen. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex verseuchten Alps aus dem Norden. Moin Henrik. Schön, dass dir die Gothic 2 Let's Plays gefallen. Schön, dass du dabei bist. Erkläre mir die Regeln der Kleriker. Gut, dass du fragst. Pass gut auf. Privater Elex Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elex Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalahns Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Ja, ist super einfach. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Ort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach Junge Lord Hagen gibt's hier auch. Ist ja der Wahnsinn. Geil, das geilste Schlösserknack. Ja, zu einfach dieses geilste Schlösserknack-System. Oh, im Hort der Kleriker sich zurechtzufinden, das wird jetzt was hier. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Das Zeug sieht ungenießbar aus. Ich weiß, selbst die Schachter murren ständig, dass die Verpflegung immer schlechter wird. Es ist aber alles, was ich dir anbieten kann. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Einen anderen muss ich ein paar Spitter abverlangen. Hagen hat sogar die Stimme von Hagen. Das ist ja der Wahnsinn. Dann freue ich mich auf Hagen. Ja, Geralt, ich frage ihn nach dem Auge Innos. habe aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Ich fand es sehr komisch, wenn man bei Rainer die Wahrheit gesagt hat und dann die Wahl hatte, zum Hort gebracht zu werden und wenn man zustimmt, durfte man den Hort nicht betreten. Ja, ich glaube, du darfst den Hort generell erstmal nicht betreten, du musst es dir verdienen, wenn du da so hingehst. Aber ja, das ist ein bisschen merkwürdig, gerade wenn die Anhänger suchen und ich glaube, das ist er dann so gemeint, anhand der Gehirnwäsche sind sie sich sicher, dass du jetzt kein Blödsinn mehr machst und deswegen nehmen sie dich rein. Und Schmierlaus danke für zwölf Monate. Zumindest wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir Haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum etwas Verwertbares heranzuzüchten. Wenn das so ist, solltet ihr mehr Handel mit den anderen Gemeinschaften treiben. Um uns so in eine Abhängigkeit zu begeben? Nein, das halte ich für keine gute Idee. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Oder man überfällt sie und nimmt sich was man braucht. Das machen vielleicht die Alps oder Outlaws. Aber nicht wie Kleriker. Ich will auf keinen Fall, unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Ja, ich mache das schon. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Nee, Patty ist nicht dabei, aber dafür haben wir Kaya und Kaya ist mindestens genauso schlimm. Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Ah ja. Danke. Ich wünsche mir auch viel Erfolg dabei. Ah, jetzt nicht. Natürlich. So, ähm. Wo ist da jetzt ein Verantwortlicher hier? Ich kann gerade nicht. Bist du Lord Hagen? Ha, da ist er. Und hallo Sheet. Kaya ist doch in meiner Erinnerung harmlos so nervig wie meine Ex. Ja, aber Patty ist ja so gesehen auch harmlos und einfach nur nervig. Ich bin kein Rekrut. Für mich seid ihr alle Rekruten. Egal welchen Rang du hast. Egal ob du an Kalan glaubst oder nicht. Jeder der nicht von mir ausgebildet wurde ist und bleibt ein Rekrut. Verstanden? Da stehen überall volle Snackautomaten rum. Ja, aber niemand will dafür die Münzen bezahlen. Moped. Also haben die trotzdem Probleme mit dem Essen. Dachte Nesti wäre nerviger als Kaya. Nesti ist natürlich noch unauthentischer als Kaya. Aber naja. Wo ist André? André gibt es bestimmt auch noch hier irgendwo. Aber der klingt eher wie so ein versoffener Lord Hagen. Als hätte Hagen in seiner Jugend viel gesoffen. Erinnerung, dass Patty trotz aller ihrer Macken immer in ihren Hintern bewegt und hilft. Herzlichen Glückwunsch Brother Tobias, du bist auch ein Patty Simp. Schäme dich. Was macht denn Patty großartig in Risen 2 zum Beispiel? Oder in Risen 1? Was wird denn da großartig gemacht? Jetzt kommen da irgendwelche Rechtfertigungen. Patty Verteidigung wird hier nicht toleriert. Und hallo Streamon. Die Gesichter sehen echt besser aus als bei Elix 2. Absolut. Schick Patty ein nicht auch wissentlich fast an den Tod ständig Tobias. Und zusätzlich wenn du stirbst sagt sie noch so Sprüche wie selten dämlich. Mit wem muss ich über meine Rekrutierung reden? Judikator Reinhold kümmert sich um die Belange angehender Akkolyten. Du findest ihn und Judikator Ulbricht in der Kathedrale. Das letzte große Gebäude ganz hinten im Hort. Welcher Gothic Char ist das nochmal? Lord Hagen, Lee, Jarvis, Bartok und viele andere. Wie kann ich hier trainieren? Zuerst einmal musst du mindestens den Rang eines Akkolyten bei uns bekleiden. Und selbst dann wartest du, bis ich dich auffordere, mit einem von uns zu trainieren. Wer hier einfach anfängt herumzuschießen, der lebt nicht lange. Waffen sind kein Spielzeug Rekrut. Also ich finde Nasty angesichts ihres gesundheitlichen Problems sehr authentisch. Also hättest du das sehr weggelassen und einen noch eingefügt, dann hätte ich es dir abgekauft, aber so nicht gar nicht. Das ist Geschmackssache. Ich finde das alles so überzogen. Nicht glaubhaft in meinen Augen. Aber so sind die meisten Charaktere. Paradebeispiel sind auch solche Leute wie Matt Bob oder Iron Madison. An die kann man sich noch erinnern, weil die einfach so übertrieben dargestellt werden, aber das kommt nicht so rüber. Ja. Zauber Zauberer, machst du dich schon wieder über meine Aussprache lustig? Den Matt Bob begegnest du auch jeden Morgen wahrscheinlich beim Bäcker. Ja. Ja. Also, zuerst musst du zu Judikator Reinhold gehen und beweisen, dass du ein würdiges Mitglied der Kleriker sein kannst. Falls er dich anerkennt, wirst du zuerst einmal nur ein einfacher Akolyt. Wir haben verschiedene Ränge hier und niemand, egal was er getan hat, wird einen überspringen. Wenn du es tatsächlich schaffen solltest, ein Akolyt zu werden, dann erst kannst du vielleicht zu einem Legaten aufsteigen. Und nur Legaten sind überhaupt berechtigt, zu einem Regenten, wie ich einer bin, befördert zu werden. Du siehst, du hast eine weite Reise vor dir, wenn du meinen Rang möchtest. Äh, moin Gothic 2 und moin Chris. Hast du mal Baldur's Gate ausprobiert? Ne, ich hab noch nie am Baldur's Gate Tal gespielt. Wie kann ich mir hier etwas dazu verdienen? Wir werden schon seit einiger Zeit von Mutanten angegriffen. Sie scheinen irgendwo aus dem Norden oder Nordosten zu kommen. Ich habe bereits einen Trupp Männer dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Wenn du für mich dorthin gehst und herausfindest, wo die Mutanten herkommen, werde ich dich angemessen bezahlen. Halte die Splitter schon mal bereit. Deine Mutanten sind so gut wie erledigt. Wie gesagt, ich habe bereits einen Trupp Kleriker dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Ich werde dir ihre Koordinaten geben. Geh dorthin. Finde heraus, was die ganzen Mutanten so nahe an den Hort locken und dann kommen wieder zu mir. Weggetreten! In dem Raum ist es sehr windig. Ja, das ist die Lüftung hier. Die Sache ist mir zu heiß. Später vielleicht. In dem Raum ist es nicht so gut wie erledigt. In dem Raum ist es nicht so gut wie erledigt. Wie gibt es denn hier noch... Siegfried. Alles so deutsche Namen hier, ne? Hey, hast du mein Paket? Welches Paket? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst der neue Lieferant. Auf wen wartest du hier? Kannst du dir das nicht denken? Auf den neuen Lieferanten natürlich. Warum sonst sollte ich gedacht haben, du wärst es? Mehr braucht dich nicht zu interessieren. Was machst du hier? Du bist ganz schön neugierig. Aber gut, wenn du es wissen willst. Ich mische Treibstoffe und dergleichen für die Kleriker hier im Hort. Zufrieden mit der Antwort? Gothic 2. Hat denn Baldus Gate 2 eine deutsche Sprachausgabe? Und 1? Weil Baldus Gate 3 hat ja keine. Und hallo Q-Bear. Das kann ich auch verstehen, dass du sehr schnell hergealt bist bei Elix. Und hallo Kay. Das ist dann wohl dein Problem. Ich habe hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Man sieht sich. Hast du etwas zu verkaufen? Wieso? Sehe ich etwa so aus? Ich dachte nur... Vergiss es. Ja, ich verkaufe auch etwas von dem Kram hier. Also was willst du? Lass uns handeln. Dann zeig mal, was du hast. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was du nicht alles hast. Einen Moment. Ich muss mich einmal kurz muten. Also Abu sich über die Ersteffektion. Und du hast die Ersteffektion. In der Regel. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry, wurde angerufen. Hatte er blaue Augen? Ja, aber es gefällt mir nicht. Allerdings scheinen sie eine Fehlfunktion zu haben. Sie greifen einfach alles an, was sich bewegt. Es sind bereits zwei meiner Kollegen hingegangen und versuchen, sie mittels Fernabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Aber die lassen jetzt schon einige Zeit auf sich warten. Ehrlich gesagt sind mir die zwei auch egal. Was ich haben will, sind die KI-Chips der Roboter. Und zwar alle. Ich muss herausfinden, wo der Fehler liegt. Wenn das Problem bei allen Robotern hier besteht, könnte das böse enden. Dann mach halt englisches Commentary. Okay, ich bin ein deutscher Kanal. Ich mach kein englisches Commentary. Erstmal ist meine englische Sprachausgabe grottig. Und zweitens, ich hab da keinen Bock drauf. Wieso holst du nicht selbst die KI-Chips? Sehe ich etwa aus wie eine Kämpferin? Zwischen Schaltkreisen, Platinen und kaputten Motoren, da fühle ich mich wohl. Ich gehe da nicht raus. Vergiss es. Mach's gut, Farmer. Schönen Abend noch. Old Skate 1 und 2 haben deutsche Sprachausgabe für die wenigen Dinge, die Vertonung haben. Aber sind nicht alle Dialoge vertont? Oder wie verstehe ich das jetzt? Du bist also eine Art Mechanikerin? Ich bin nicht nur Mechanikerin. Vorrangig bin ich eine Legatin der Kleriker, klar? Wir Legaten sind unter anderem für die Materialbeschaffung, aber auch für die Reparatur der Maschinen zuständig. Unsere Psy-Kräfte machen uns aber auch zu starken Kämpfern. Also leg dich besser nicht mit uns an. Habe ich gesagt, meine englische Sprachausgabe? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin heute sowieso ein bisschen verklatscht. Jetzt habe ich es wieder verraten, dass ich eine KI bin. Wie kann ich zu einem Legat befördert werden? Wenn du die Rüstung, Waffen und Psy-Kräfte eines Legaten benutzen willst, dann wirst du dich vor den Judikatoren beweisen müssen. Sprich dazu mit Judikator Reinhold oben in der Zitadelle. Er wird dir sagen, wie du zu einem Akolyten der Kleriker werden kannst. Denn nur ein Akolyt darf zu einem Legaten befördert werden. Ja, Commander, aber die Sache ist zum Beispiel bei so einem Spiel wie Dark Souls oder ich sag mal auch ein zum Beispiel Dragon's Dogma. Das könnte ich noch verkraften, weil da gibt es nicht so viele Dialoge. Aber ich glaube, Baldur's Gate ist schon sehr viel dialoglastiger, oder? Alles klar. Ich bringe dir die KI-Chips. Sehr gut. Aber denk dran, du musst dich beeilen. Wer weiß, wie viele Roboter von diesem Fehler betroffen sind. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn einer der Roboter hier im Hort plötzlich durchdreht. Und ich kann hier schlecht allen Robotern hier ihre Elex-Batterien rausnehmen. Dann wären wir völlig ungeschützt. Also mach keinen Umweg mehr. Und hol mir diese KI-Chips. Wo finde ich die Roboter? Okay. Also. Die Roboter findest du am besten... Wie erkläre ich das? Also. Wenn du aus dem Hort rauskommst und du Luftlinien geradeaus läufst, dann läufst du links an ihnen vorbei. Aus dem Hort raus, ein klein wenig rechts halten, dann kommst du an eine Felswand. Da kannst du nicht einfach hoch. Also. Weiter geradeaus. Und dann. Umdrehen. Weiter geradeaus. Aber. In die andere Richtung. Ja. Und dann müsstest du sie auch schon sehen. Alles klar? Ja, das war die beste Beschreibung. Bin schon etwas älter, aber so gut Englisch sollte jeder drauf haben, dass er zur englischen Vertonung und deutschen Text man auch deutsches Commentary machen kann. Es geht doch nicht, ob man es machen kann. Okay. Es geht darum, dass ich es nicht machen will, weil es meiner Meinung nach nicht gut passt. Darum geht es mir. Das habe ich auch so gesagt. Ich möchte es nicht. Und du hast eben geschrieben, dann mach halt englisches Commentary. Und dann habe ich geschrieben, ich bin deutscher Kanal und dann hast du gesagt, ich weiß, dass du ein deutscher Kanal bist oder ein deutschem Content machst. Hä? Ja. Ich werde es schon finden. Sehr gut. Alter Godehard. Hey du. Ich brauche einen 8er Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir noch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Drucklufteinlassventil und was war das letzte? Deswegen bin ich nicht hier. Hör mal. Es gibt nur zwei Sorten von Menschen, die zu mir kommen. Die, die meine kostbare Zeit beanspruchen und die, die mich in meiner Arbeit unterstützen sollen. Welche Art von Unterstützung? Überleg mal, was wird in großer Zahl in Ignadon gefertigt? Exakt. Maschinen. Kampfmaschinen, um präzise zu sein. Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Eines sage ich dir. Man buckelt sich den Rücken krumm und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also, mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Pappela Papp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht heraufbeschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Hör auf zu jammern, das ist erbärmlich. Habe ich mich da verhört? Jammern? Ich jammere nicht. Ich liste dir hier die Fakten auf. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Hat der eigentlich die gleiche Stimme wie Duras? Ne, das ist, ähm... Wie heißt denn der Sprecher nochmal? Christian Jungwirth müsste das sein. Er hat schon bei vielen Piranha Bytes Titeln mitgesprochen. Zum Beispiel hat der auch Kapitän Romanoff in Risen gesprochen. Fällt mir beispielsweise ein. Und hallo Stephanie und hallo King Sam. Kann man eigentlich Blut schwitzen oder woher kommt das? Das ist eine Redewendung. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich Blut geschwitzt hat. Irgendwie erwarte ich hier, dass, ähm, Pathologik Pathologik? Von Jorgensson auf Russisch mit russischem Commentary gespielt wird. Finde eh, dass jeder Russisch drauf haben sollte. Chairman? Verstehe ich gerade eigentlich irgendwie. Ganz schön kalt unterwegs. Ja, ich hab ja auch nur einen Tanktop an, Karl. Und er auch. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Warum auf einmal der Stimmungsumschwung? Hast du nicht eingangs erwähnt, dass du nicht hier bist, um mich zu unterstützen? Ich mag es nicht, wenn jemand seine Richtung ändert wie die Fahne im Wind. Außerdem scheint dir nur an einer Bezahlung gelegen zu sein. Eine derartige Profitgier stimmt mich misstrauisch. Nur die einzige Fahne, die hier weht, ist deine aus dem Maul, Junge. Ich arbeite gewissenhaft und das kostet. Wenigstens in dem Punkt bist du standhaft. Wir müssen ja auch keine Freunde werden. Von daher kann es mir egal sein. Ich will da mal ins Detail gehen. Mir fehlen spezielle Ersatzteile. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erlege das für mich. Stefanie, rate mal, warum ich bei den Klerikern bin. Ich habe mich vor, diesen Halunken hier anzuschließen. Kleinigkeit. Na, warten wir ab, bis du zurück bist. Viel Erfolg. Wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Der Typ hat einen straffen Zeitplan. Darum vergeudet er auch keine Zeit hier im Hort. Du wirst ihn am ehesten in den späten Abendstunden irgendwo vor unseren Toren treffen. Ah ja. Da bin ich ja beruhigt. Wo man wie gut Elex einfach im Vergleich zu Elex 2 aussieht. Ja, Kurga, das ist heute schon vielen aufgefallen. Und moin. Alter, warum ist das hier alles so überbelichtet? Warum ist mein Charakter so unterbelichtet? Es wirkt wie so eine Nebelwand, die sich hier durch das, durch den Hort hier zieht. Ja, ich bin hier wirklich zum Kaffee und Kuchen. Wo ist denn nochmal, ich glaube da ist auch noch irgendjemand, der wichtig war, oder? Wenn ihr die Outlaws so cringe in Elex, keine Ahnung warum. Ja, weil viele davon so überzeichnete Charaktere sind, so möchte gern harte Typen halt, ne? Hört mir zu, ihr jünger Kalans. Ihr alle werdet gerettet werden. Jo, dann schon mal guten Hunger, Kurga, ne? Ah, ein weiteres verirrtes Schäfchen. Willkommen im Hort der Kleriker. Dass du hier drin bist, kann nur bedeuten, dass das Licht Kalans auf dich scheint. Vergeude diesen Moment nicht, gib dich den leeren Kalans hin. Ist das nicht der Typ, der uns schon begrüßt hat? Der sieht genauso aus, oder? Das werde ich Vater? Der Typ sieht jünger aus als wir. Was für Vater? Kein Interesse. Das ist beschämend. Aber auch du wirst noch sehen, wozu Kalan in der Lage ist. Dann wirst du deine Entscheidung treffen. Und ich gehe davon aus, dass es die richtige sein wird. Schließt du dich den Kleriker sofort an, oder machst du erst noch Quest bei Anderfraktion? Ne, ne, ich will mich hier sofort anschließen, damit ich vielleicht auch noch andere Dialoge dann mal höre. Bei den jeweiligen anderen Fraktionen, ne? Jorgen so beleidigt erstmal alles durch, was zwei Beinen hat. Wen habe ich denn beleidigt? Ich habe doch nur gesagt, dass der älter, äh, jünger aussieht als ich. Das ist doch keine Beleidigung, das ist ein volles Kompliment. Erzähl mir etwas über Kalan. Alles begann mit Arvid, dem Propheten. Der Prophet bekam die Lehren Kalans zugeflüstert. Noch vor dem Untergang der Welt versuchte er die Menschen zu warnen. Er verteilte die Lehren, er redete mit Menschen, aber es war vergebens. Die Menschen hörten nicht auf ihn und seine Lehren der Reinheit. Und so geschah es, dass Kalan wütend wurde. Er sandte den Meteor, um die Unreinen zu vernichten und die Reinen auf die Probe zu stellen. Wir werden diese Prüfungen bestehen. Wir halten unsere Körper rein. Der Prophet Arvid sagte, dass Kalan uns alle von hier wegbringen wird. Wir müssen rein sein und auf Kalan vertrauen. Dann kann uns kein Feind dieser Welt etwas anhaben. Ja, okay, das war ja der Witz. Alter, okay hat mich hier gerade auch auf den Kika, ne? Der muss alles zehnmal umdrehen, was ich sage. Das ist mein Humor. War Elix so gut, wie es anfangs bei Release behauptet wurde? Wer hat das behauptet? Ich weiß nicht, hat irgendjemand behauptet, dass Elix so gut war? Ich glaube, es war durchgehend so, dass Leute gesagt haben, sie finden es okay und der Rest hat gesagt, mag ich nicht. Ich glaube, das war von Anfang an so, oder? Du glaubst diesen Mist wirklich, oder? Hüte deine Zunge oder willst du, dass Kalans Strafgericht über dich kommt. Hör besser, was ich dir zu sagen habe. Kein Götze oder andere Versuchungen stehen zwischen uns und ihm. Sein Paradies erwartet uns, doch noch ist es nicht an der Zeit, diesen Weg zu gehen. Der Pfad der Erleuchtung ist beschwerlich und nur wer würdig ist, wird die Gnade seiner Gunst erlangen. Und nun gehe in dich und verinnerliche meine Worte. Mögen sie dir ein Wegweiser in den kommenden Zeiten sein. Axel Grinder, hast du Gothic 1 oder die Nacht des Raben mal so durchgespielt, ohne die andere Fraktionsquests zu machen? Äh, Axel Grinder, hast du ein Challenge Run von mir geguckt? Da mache ich doch immer nur das Nötigste. Also, ja, schon etliche Male. Ich finde es irgendwie witzig, dass immer von Rein und Reinheit gesprochen wird, während wir von Rainer rekrutiert wurden. Das ist auch darauf bezogen, wahrscheinlich Illusionary. Wer bist du? Ich bin Oswald. Auch ich war einst verblendet. Aber meine unreinen Zeiten habe ich hinter mir gelassen. Als Bruder Rainer mich gefunden hat, war ich nur ein spuckender Haufen Elend. Er baute mich auf. Er gab mir einen Sinn in meinem Leben und dafür bin ich ihm für immer dankbar. Heute versuche ich, diese Tugenden weiterzugeben. Also lade ich dich ein, ein wenig hier zu bleiben und mit uns zu beten, Bruder. Tragt Kalan in eurem Herzen, in euren Fäusten und in euren Waffen. Soll ich Kalan in meinen Fäusten tragen? Wo ist sein Bruder Weswald? Stopp! Wo denkst du, dass du hier hingehst? An dir vorbei. Oh dumm. Deine Sprüche kannst du dir stecken. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Käpt'n zu machen. Also geh ruhig rein und zieh dich um. Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Wir behalten alles im Auge. Ist das hier nicht der Knast? Was soll ich denn hier klauen? Niemand ist so gut verzweifelt wie die Leute. Also die kommen nicht an die... Also die kommen nicht an die... Kalan rettet mich. Darf ich auch mal was sagen? Die kommen... Die kommen nicht an die... Nein, 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 bitte. Andi. Nicht heute. Okay, ich darf nicht mehr sprechen. Aber Vater, nein. Nein, 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 nein. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hast du etwa vor, dich diesen Irren anzuschließen? Nein, so dumm siehst du nicht aus. Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Was ich nur sagen wollte, diese Verzweifelten hier in der Zelle kommen nicht an die Verzweiflung ran, die wir in Arcania Fall of the Tarif erlebt haben. Das waren wirklich verzweifelnde NPCs. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Was hast du verbrochen? Die Jungs dachten wohl, meine Leute und ich hätten einen ihrer Außenposten versucht zu überfallen. Aber das ist totaler Blödsinn. Das hätten wir auch gar nicht nötig gehabt. Unser letzter Raubzug auf eine Karawane war so erfolgreich, da gab es keinen Anlass, den Typen ein paar Splitter abzuluchsen. Oder? Da haben sie mich deswegen in das Loch verfrachtet. Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Ich hatte keine Wahl. Ein Stoßtrupp der Kleriker hat mich zusammen mit meinem Kumpel in der Steinwüste aufgelesen. Schwer verwundet lagen wir dort und haben unsere Wunden geleckt. Zuvor gab es eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Begleitern. Wir haben sie gelöst, indem wir uns gegenseitig zu Klump geschossen haben. Und was ist jetzt dein Plan? Plan? Ich hab keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Egal, was du über mich denken magst. Dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Also wer nach Elex 1 noch Hoffnung in PB gesetzt hat, ist so jemand, der seine Freundin eine vierte Chance gibt, nachdem er viermal betrogen wurde. Ein harter Take, aber mittlerweile sehe ich es auch so. Habe ich vor ein paar Jahren noch nicht, aber jetzt ja. Du erwartest, dass ich dir helfe zu entkommen. Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Mit jemandem wie dir habe ich kein Mitleid. So. Hast du nicht? Na, dann habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Eines Tages wird dein Arsch auch auf diesem Boden versauern. Also sei nicht so vorschnell mit einem Urteil. Ach, komm zurück, wenn du es dir anders überlegt hast. Ja, ich glaube nicht. Oh, wir haben leider verpasst, wie der Verurteilte hingerichtet wurde. Um Henker. Was? Ich schaue mich hier nur um. Dann tu das. Wenn ein Kleriker gegen die Gesetze verstößt, geben wir ihm immer die Wahl. Umerziehung durch unsere Suggestoren oder ein ehrenhafter Tod im Kampf. Denn nur ein Kleriker, der im Kampf stirbt, ist es wert, im Tod den Segen Kalans zu empfangen. Und ich habe die ehrenhafte Aufgabe, diese armen Seelen an Kalan zu übergeben. Das ist doch hier der Ort, wo Frodo den Ring reingeworfen hat, ne? Oder? Das war doch so, ne? Und echt Illusionary. Anstatt die Leute einfach in die Lava zu schubsen, das wäre doch viel lustiger. Und du musst auch nicht aufräumen danach. Oh, was wird das denn? Ein Kleriker-Run? Ja, Sessi, habe ich vor. In der Reinheit liegt die Kraft Kalans. In der Reinheit liegt der Rainer. Nanu? Ein Besucher? Normalerweise sind Gäste hier selten. Der Fels schreckt die meisten ab. Du machst mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Naja, sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Meine Hoffnung ist, erst nach Elex 2 gestorben, wir verstehen den Hass auf Teil 1 einfach nicht. Also ich glaube, das ist einfach eine Mischung aus Setting, dann das Kampfsystem, das lahme Endgame. Das waren auch schon bei Elex 1 die Probleme. Die konnte man schon immer kritisieren. Aber ich sage auch, Elex 1 gefällt mir sehr viel besser als ein Risen 3 beispielsweise. Es wirkt in der Gesamtheit einfach runder als Spiel. Und Himmelsdorfer, es ist ja auch so, die Sache, man muss es ja auch nicht verstehen, warum Leute verschiedene Meinungen haben. Ich meine, klar, Hass ist so gesehen in vielen Fällen wahrscheinlich unbegründet. Ich würde auch sagen, Hass ist das falsche Wort. Weil die Leute haben einfach keinen Bock gehabt auf Elex. Dass es einfach nicht ihr Setting war und so. Also ich kenne sehr viele, die Gothic gespielt haben, sehr oft, und die sagen, Elex habe ich nur mal angemacht, hat mir nicht gefallen, habe ich ausgemacht. Deswegen habe ich auch am Anfang, als wir gegen dieses komische Federviech da gekämpft haben, auch gesagt, das ist wohl der Moment, wo viele schon Elex wieder ausgemacht haben, weil der erste Kampf schon so grottig ist. Und man fast verreckt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Das kann sehr abschreckend sein. Wenn die ersten Minuten des Spiels nicht stimmen, ist das bei vielen Fällen, bei vielen Spielen das Todesurteil. Warum sollte man vor ein paar Steinen Angst haben? Wenn die paar Steine ein paar Tonnen wiegen und nur noch deine Füße unter ihnen hervorgucken, weißt du warum. Aber lass dich von meinem Gerede nicht aufhalten. Zumal ich davon ausgehe, dass du sowieso nichts vom Erzabbau und der Stahlverarbeitung verstehst. Ich habe bisher ausschließlich Clerica Runs gemacht. Da habe ich was verpasst. Ich meine, jede Fraktion hat so einzelne Gildenquests. Du kannst halt da die Ausrüstung bekommen. Jede Fraktion hat einzelne Zauber und Fertigkeiten spezielle, die du lernen kannst. Aber ich glaube, das war es dann auch wann. Flippidi-Flop. Vor allem muss man Elex auf 5-10 Stunden spielen, bis man wirklich Fortschritt merkt. Das ist es und das schreckt viele ab, weil auch auf normal ist es wegen des Kampfsystems sehr gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Warum überlasst ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen und die Leute, die unsere Suggesturen da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Aber Elex 1 war das erfolgreichste Spiel von Piranha Bytes, also finanziell, vielleicht beim Start, aber insgesamt kann ich mir das nicht vorstellen. Um ehrlich zu sein, dass in der Gesamtheit Elex 1 mehr Geld eingebracht hat, als alle anderen Piranha Bytes Spiele. Als Risen, ähm, ich glaube nicht als Gothic. Gothic wird mehr eingespielt haben, oder? Weil Gothic hat doch schon Kultstatus. Willst du mich beleidigen? Nein, ich sage nur, was ich denke. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggesturen, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanke Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Hallo, Quizzle. Bei Elix 2 sehen bloß die Charaktergesichter furchtbar aus. Ich finde, die Grafik wirkt nicht so abgestimmt, wie noch in Elix 1. Da passt irgendwie alles wenigstens noch zusammen. In Elix 2 nicht mehr, finde ich. Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Ich könnte dich auch einfach verpfeifen. Könntest du, aber damit wäre niemandem geholfen. Du würdest keine Belohnung einsacken und ich mich weiterhin über die Anwesenheit dieses Typen ärgern. Also hör auf deinen Verstand und binde es keinem der Suggestoren auf die Nase. Ich meine, wir könnten den Typen einfach umbringen, der da sitzt. Aber ich weiß noch nicht. Ich habe sogar einen Presslufthammer. Ich glaube, ich lerne vielleicht erst schürfen. Die Elex-2-Kampf-Sounds sind die gleichen wie bei Elex-1-Rafat. Die sind echt fürchterlich. Das Soundsystem ist katastrophal. Ich habe ja eine Sound-Mod, falls es euch aufgefallen ist. Ist hier nicht irgendwo auch dieser Chef? Ne. Das ist einfach nur eine Hütte. Ich sehe dich auch. So. Hier ist ein Disketten-Symbol. Wer ist denn hier? Ach, hier war Rainer. Ne. Die Rainer Hagen. Boah, sich hier im Hort zurechtzufinden, ist schon eine schwierige Aufgabe. Ich habe nun das offizielle Statement von Björn gefunden, Jorgi. Das klingt anders, aber es ist ja auch PR. Man hört aber schon raus, dass die Ambitionen nie so sind, dass man herausragend sein mag. Piranha Bytes will auch nach Elex-2 nicht die große Wachstums-Maschine anschmeißen, sagt Pankratz. Wir legen unseren Fokus lieber auf Einzigartigkeit und Spielspaß. Wir machen keine fetten Blockbuster. Wir glauben, dass es auch in Zukunft genug Menschen gibt, die unsere Spiele spielen wollen. Ja, weiß ich nicht. Das sagt irgendwie auch gleichzeitig nichts, finde ich. Wir machen halt, wie wir wollen und es gibt immer Leute, die unsere Spiele spielen. Das ist ja das. Wir kommen damit durch, könnte man sagen. So könnte man es interpretieren. Anstatt, wenn er jetzt gesagt hätte, wir haben aus den Fehlern unsere alten Spiele gelernt. Wir wissen, wir haben viel verzapft in der Vergangenheit. Wir wollen uns jetzt darauf fokussieren, endlich mal den Fokus richtig zu setzen und die Welt nicht mehr so riesig zu machen. Wir wollen genau wissen, was wir in unser Spiel reinbringen wollen und wir wollen daran arbeiten, dass die Mechaniken, die wir einbauen, auch ausgereift sind. Dann hätte ich gesagt, das klingt doch gut. So, ich verlaufe mich hier die ganze Zeit irgendwo. Gibt es doch. Wie komme ich denn hier oben rein? Es gibt doch irgendwo so ein Hauptgebäude, oder nicht? Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, biete ich dran, bin ich mit meiner Einschätzung? Jörn, sag doch mal, es würde ihm reichen, über die Runden zu kommen. Das wurde mit Elix 2 geschafft. Ja, das macht, wie gesagt, hier eben hat es jemand geschrieben. Wie sieht das der Publisher? Ich glaube, der Publisher wird das nicht ewig mitmachen. Ich weiß, ich habe gerade gar nicht zugehört, was sie gesagt hat. Aber falsch liegste. Du liegst daneben. Wirklich? Du wärst nicht der Erste, der die Wahrheit nicht erkennen will. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegehr, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Und hallo, Killer Wotan. Du warst schon ganz nah an dem Gebäude. Ja, ich muss noch mal gucken. Ich finde es hier echt unübersichtlich in diesem Wort der Kleriker. Du bist ziemlich direkt. Ja. Ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Eva ist so eine, die in ihre Bumble-Bio kein Smalltalk schreibt. Oh man, ich finde das sehr witzig, Zauberer. Das war ein sehr guter Joke. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Ja. Ich bin überrascht, aber sicher weißt du nur das Grundsätzliche. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein. Ausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten Sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Der Hort ist das Alchedim von Elex. Also ich finde Alchedim wesentlich übersichtlicher als den Hort, muss ich sagen. Aber ich habe da auch mehr Zeit drin verbracht, wahrscheinlich. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Ich freue mich schon, auf morgen dich auf Escalon zu sehen. Bin ich mal gespannt. Ich rede ja nur mit den Leuten von Escalon. Also bisher ist da gar nichts geplant. Ich habe da mal in der Vergangenheit gesagt, dass ich da auch, wie bei den anderen Online-Servern, so ein Vorstellungsvideo machen kann. Aber aktuell habe ich eigentlich mehr als genug Projekte, die ich selber machen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinpacken soll, weil im Hintergrund laufen ja noch Sachen wie X-Verse Gothic und Vertonung für Mods und hast du nicht gesehen. Deswegen weiß ich noch nicht. Erstmal rede ich ja nur mit den jungen Skillerbotern. Und hallo Dauerstressen. Schön, dass du es geschafft hast. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant, anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Jo, Carst, mach's gut. Und Illusionary, du hast doch schon gemerkt, dass ich eine KI bin. Das wurde doch heute schon öfter besprochen hier. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Ich glaube, Jax denkt, er darf sie auch mal verschlingen. Hier ein bisschen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Carl die Archivwache seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Und du bist kein Akolyt? Was machst du denn hier? So, irgendjemand hat vorn geschrieben, ich muss eine Treppe hochgehen. Wo ist denn hier eine Treppe? Nach den Gesprächen mit Balder habe ich immer einen klaren Kopf. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Ja, der Mann hat einfach einen unfassbar großen Erfahrung, Schatz. Ah, ich denke, ich lasse dich mal in dem Glauben. Moment, was willst du mir damit sagen? Nichts, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oder noch besser, tu mir den Gefallen und sprich bald wieder mit ihm. Wenn du das sagst? Wie viele Frauengesichter gibt es in Elex 1? Ich glaube, so zwei, drei gibt es schon. Und dann verschiedene Frisuren. So, hier bin ich auch richtig. Und ich glaube, Kaya hat auch ein Allerweltsgesicht. Ich kann den Gesprächen bei Elex irgendwie nicht folgen. Ich muss aber auch sagen, die Gespräche sind auch oft einfach unnötig verkompliziert und die wiederholen sich ständig. Du könntest die Hälfte der Gespräche rauswerfen und das wäre viel verständlicher. So, darf ich mich hier auch hinsetzen und mit die quatschen? Guck mal, so sitzt man auf einem Bürostuhl. Das ist die aufrechte Haltung. Jeder von euch, der in einem Gamingstuhl sitzt, sollte so sitzen. Guckt euch Jacks Rücken an. Kerzen gerade. Könnt ihr noch was lernen fürs Leben? Ist das dieser Baldaskate 3, von dem man immer so viel hört? Von dem ihr schon erzählt habt? wird eine göttliche Gabe zu schätzen wissen. Doch zur Sache. Ich kann dir nur begrenzt meine Aufmerksamkeit widmen. Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. So sitzt man, steigt auf den Tisch. Auf den Tisch bin ich ja dann gestiegen, um meine Dominanz nach außen hin zu tragen. Jungs, die sind raus. Warum bin ich raus? Du bist ein Suggestor? Ich bin nicht ein Suggestor. Ich bin der oberste Suggestor im Hort. Zu uns kommen all jene, die sich ihren Geist haben vergiften lassen. Sei es durch Elex oder falsche Lehren. Wir sorgen dafür, dass sie sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, den freien Menschen anzugehören. Der menschliche Geist ist ein Geschenk. Wir sollten ihn nicht mit Elex verseuchen. Jorgi passt sich den Witzen vom Chat an. Finde ich gut. Ja, man lernt auch. Auch ich lerne dazu. Was genau ist Suggestion? Unsere Implantate ermöglichen es uns, den Geist eines Menschen zu manipulieren. So sind wir in der Lage, die Gehirne der Menschen zu stimulieren, um ihnen Ideen einzupflanzen. Es ist eine Kunst, die nur wir Kleriker beherrschen. Wo kommt eigentlich der Wind her, der die Röcke der Kleris ständig flattern lässt? Oder will ich das nicht wissen? Das ist die Lüftungsanlage, nicht das, was du gedacht hast, Cessie. Wieso bekämpft ihr die Alps nicht mit Hilfe der Suggestion? Um Suggestion bei jemandem anwenden zu können, muss ein Geist schwach sein. So ungern ich das sage, aber Alps sind psychisch äußerst stabil. Suggestion ist bei einem reinen Alp beinahe wirkungslos. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele der Mutanten Schläuche und andere Maschinenteile integriert haben? Diese Teile sind von den Alps dort platziert worden. Wir vermuten, dass sie eine der Suggestion ähnliche Technik benutzen. Ein Chip in den Gehirnen der Mutanten, um sie manipulieren zu können. Ein grauenhafter Gedanke. Na, manche Elex 3 wird auf Basis einer anderen Engine gebaut. Ich denke nicht. Ich denke, die gleiche Engine, die Piranha Biles jetzt seit Jahren verwendet, wird sie auch noch für ihre nächste Trilogie verwenden, wenn es dann eine geben wird. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Nein, ich stecke mitten in den Vorbereitungen, einen unserer Gefangenen gefügig zu machen. Da dieses Vorhaben Zeit und Konzentration erfordert, kann ich keine unnötige Störung vertragen. Wenn du mir also wirklich helfen willst, dann halte dich aus allem raus, was mit ihm in Verbindung steht. Wir verpetzen einfach Wolf jetzt. Wolf will Eli beseitigen. Du kennst meine Meinung. Weder er noch sonst irgendjemand hat sich des Gefangenen anzunehmen. Langsam bin ich es leid, dass er ständig versucht irgendwelche Leute für dieses Vorhaben zu gewinnen. Du weißt von seinen Plänen? Natürlich. Er ist nicht gerade zurückhaltend, was seine Abneigung Fremden gegenüber betrifft. Halte dich von ihm fern. Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Ah ja. so Hauptmission Gefährten wo ist denn so zu dem sollte ich aber wo ist auch dieser andere Typ den ich noch suche. Ah da vorne lass dir ja nicht einfallen dich an unseren Sachen zu vergreifen wenn ich jemanden beim Klauen erwische schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren unterstellst du jedem dass er dich beklauen will ich habe meine Gründe seit die Alps immer näher gekommen sind versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen aber das wäre ja noch schöner wenn jeder Akkolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde zumal meine Vorräte begrenzt sind nur wer sich den Rang erarbeitet hat hat besseren Schutz verdient basta ich glaube auch mittlerweile nicht mehr dass die Engine das Problem ist es sind falsch getroffene grundsatz entscheidungen ich denke auch game inside ich denke auch verkaufe mir etwas aus den lagern ich zeige dir alles was du mit deinem rang kaufen darfst mit deinem rang als niemand er hat auf jeden fall die heftigste alle hier shit der boy ich verstehe den zusammenhang zwischen krüppel und unwahrheit sagen nicht aber mach den weg frei und warum sollte ich dir diesen gefallen tun das archiv und unsere forschungen sind nicht für jedermann bestimmt jetzt lass mich einfach durch nein verlässt du eigentlich nie deinen posten ich erlaube mir nur zu sehr später Stunde eine kurze Auszeit um Kraft im Gebet zu schöpfen aber deinem Wunsch Konversation zu betreiben sollte damit genüge getan sein geh nun eine sache noch zum archiv erforscht ihr auch relikte aus der alten welt natürlich das ist auch zwingend notwendig wenn wir die fehler unserer vorfahren wiederholen könnte dies zu einer weiteren katastrophe führen das ist einer der gründe warum nur willensstarke personen mit ihrer erforschung beauftragt werden wer kann schon wissen welche seuchen diese artefakte in sich tragen er meint knüppel er hat sich glaube ich nicht selber als knüppel bezeichnet rüspel rüspel hier hier soll ein exemplar von abys lehren ausliegen richtig und so soll es auch bleiben was steht in dem buch seine weissagungen und lebensgrundsätze an denen wir uns orientieren der großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen geist schwer verständlich gib mir einfach einen kurzen abriss das kann ich nicht auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde Seite um Seite zu lesen blieb mir der Inhalt verschlossen wie ich schon sagte nur wenige sind dazu berufen seine Worte im Ansatz zu verstehen ja Himmelsläufer ist Geschmackssache also ich fand das zum Beispiel das Setting bei Risen 2 auch okay mit dem Piraten da hat mir nur das Gameplay nicht so gefallen aber ich finde mittelalter Fantasy das geht halt immer ich meine Piranha Balls könnte mal versuchen kein Fantasy Game zu machen einfach nur Mittelalter Setting realistisches Mittelalter das wäre an sich für einen PB Game interessant aber ich glaube nicht dass das was werden würde Ja Ja Können einen Blick auf das Buch werfen Du Nein Warum nicht weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht vergiss das also ganz schnell wieder mehr wollte ich nicht wissen gut gegen den Kampf 2 von PB ganz genau Silver Woran forscht ihr zur Zeit an allem das uns unserem Ziel näher bringt und das bedeutet konkret Kalans Prüfungen zu bestehen Kalan wird nur jene aufnehmen die rein sind Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen ist allerdings ein langwieriger Prozess deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde auf das wir sie effizienter bekämpfen können ein Feind der sich dir nicht nähern kann kann dich auch nicht verunreinigen geistige Reinheit erlangst du indem du dich auf den Kern der jeden von uns menschlich macht konzentrierst weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein sie leben für den Moment wir leben für die Zukunft ein Spiel bevor sie das Rad erfunden haben also so ein Frühzeit Rollenspiel wäre schon interessant gibt es auch irgendwie gar nicht oder woher bekommt ihr das Forschungsmaterial außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten die unser Interesse wecken meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich sich diesen zu nähern zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden sobald das getan ist beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher ich bin für ein Rennspiel oder First Person Shooter mit Ingame Shop das wäre doch was also wenn Piranha Balls das noch hinbekommt für Elex 3 genial kommt es dabei oft zu Zwischenfällen wenn eine Expedition gut geplant wurde nicht natürlich gibt es auch Einsätze die nicht reibungslos verlaufen aber wir gehen immer öfter dazu über unsere Maschinen so gut es geht für diese Aufgabe einzuspannen so mehr kann ich dir jetzt aber nun wirklich nicht erzählen die Fragestunde ist beendet aber das sind das sind für mich keine Rollenspiele ich meine ja ein pb like Rollenspiel aber in der Frühzeit so und ihr beide hört jetzt den beiden zu hier und ich gehe mir kurz was zu trinken und bis gleich und dann kommt wie es kommen muss erstmal Pause machen man muss das Eisen schmieden solange es noch heiß ist das könnte dann das Ende sein du bist nicht der Erste der mir das erzählt erst mal was essen Arbeit zieht Arbeit nach sich die da oben werden das schon regeln das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen nicht so laut verdient hatte das nicht ich habe es ihr schon so oft gesagt man muss das Eisen schmieden solange es noch heiß ist erst mal Pause machen Arbeit zieht Arbeit nach sich erst mal was essen in der Eiswüste in der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen so so waren die Gespräche gut die sie geführt haben hat man das gehört die sind ein bisschen leise oder habt ihr eigentlich den Community Beitrag von heute gelesen also gestern hat mir Neo Comico noch abends geschrieben hat mir das gesagt hier mit History of Corinnes ich war echt traurig dass das jetzt eingestellt wurde war die auch traurig da ist er der reine Reinhold himself der jetzt erstmal auf den Boden rotzt während ich hier hinkomme du bist wohl derjenige der von Reiner als neuer Rekrut auserwählt wurde wie kommst du darauf ich weiß alles was in meinem Lager vor sich geht ich bin Reinhold Judikator der Kleriker und das Auge Karl Arns hier passiert nichts ohne dass ich etwas davon mitkriege in diesen Zeiten mehr denn je ist es wichtig dass wir den Überblick behalten die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos wenn wir überleben wollen dann müssen wir stark und reinbleiben wenn wir zulassen dass Anarchie die Oberhand gewinnt dann sind wir verloren aber kommen wir zu dir bist du hier um den Segen der Kleriker zu empfangen das ist History of Corinnes die haben einen sehr interessanten Trailer damals released ich glaube es ist jetzt zwei Jahre her drei Jahre kannst du dir ja mal angucken Karl und auch BBB also der Trailer war echt gut ja und rest in peace Helmut Winkelmann einer der geilsten Sprecher bei den Piranha White Spielen das war doch eh nur Scam also ich hab mal was von Leaks gehört dass die nicht so weit waren wie sie eigentlich gesagt haben Illusionary aber war das wirklich alles Scam? warum sollte ich mich euch anschließen? weil wir dir einen Weg aufzeigen errettet zu werden anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung in unseren Reihen würdest du deine wahre Bestimmung erkennen wir haben die Technologie wir haben die Waffen aber wir brauchen Freiwillige um unsere Sache voranzutreiben ich muss immer so lachen wenn du wenn du BBB sagst ja du heißt doch so oder nicht wie soll ich dich denn sonst denn? 2005? ja ich möchte Kleriker werden das ist gut da hat Rainer mit dir wohl eine gute Wahl getroffen also kommen wir zu deinem Anliegen was möchtest du von mir? der Chefinntwickler wurde von jemandem abgezogen für Lu und hat dann wirklich den aktuellen Bild bekommen und da kam raus dass das aktuelle Bild drei Jahre lang nicht bearbeitet wurde also die Videos waren auch nur so gemacht dass sie schön aussahen krass aber das heißt ja auch diese Ausrede die jetzt kam Ausrede ist ja auch nur Scam dann ist die Entschuldigung ja einfach naja mehr oder weniger sowieso gelogen und die wollen jetzt einfach sich rausreden oder? also ich glaube nicht dass alle an dem Projekt da so schuld sind aber das ist irgendwie mies wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen mein Sohn möge Kalaan seiner Seele gnädig sein Judikator Ulbricht unser oberster Feldherr ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps aber geh ruhig zu ihm er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen alles klar ja Barki versuche ich mir zu merken die Ansprache erinnert mich immer wieder an Starship Troopers der erste Starship Troopers Film der war richtig geil beziehungsweise ist richtig geil aber die danach kamen war ein absoluter Mist ich glaube ich habe Teil 2 geguckt und Teil 3 nie wofür genau bist du hier zuständig ich bin derjenige der den Hort am Laufen hält ich bin derjenige der entscheidet welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf und ich bin derjenige der dich bestraft wenn du dich nicht an die Regeln hältst erkläre mir die Regeln des Horts eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben aber ich werde sie gerne für dich auffrischen zu allererst solltest du wissen dass wir nicht die Outlaws sind wer hier klaut oder sich anderweit die strafbar macht wird hart bestraft die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod wer hier beim Elex Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt muss ich dafür verantworten Elexit ist die einzige Form von Elex die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden hast du das verstanden? ja aber sicher doch Lothar die animierten Filme sind um einiges besser es gibt animierte Starship Troopers Filme erzähl mir mehr über die Kleriker was möchtest du wissen? wie läuft es hier in der Stadt? wir halten uns streng an die leeren Arvids der erste Mensch der von Kalan erleuchtet wurde er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt nur wenn wir seinem Wort folgen können wir Kalans Prüfungen bestehen ja Sessi das stimmt überall sind genau die gleichen Regeln aber die legen das einfach nur anders aus aber der redet schon echt langsam also ich mag den Sprecher sehr gerne aber die könnten alle mal so auf 1,25-facher 1,5-facher Geschwindigkeit sprechen finde ich was sind das für Prüfungen die Kalan euch stellt? der Meteor war nur der erste Schritt den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen wir die wir das erkannt haben streben danach Erlösung zu erfahren dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird werden nur jene emporsteigen die diese Prüfungen bestanden haben das ist aber kein Logikfehler der Entwickler sondern In-The-Universe-Vorteile also die nennen sich selber die Outlaws die Gesetzlosen und haben dann Gesetze und man darf nicht klauen bei denen im Lager und solche Sachen Demitsläufer das ist schon ein bisschen widersprüchlich oder? woher besetzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen es war sein Beitrag um Kalans Prüfungen zu bestehen dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen um Macht zu erlangen das übernehmen die Maschinen sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch wie du also siehst müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen ja Yoga Bear das stimmt vielleicht sollte ich auch so sprechen die haben alle etwas sehr wichtiges zu sagen deswegen sprechen die so geschwollen wer kann denn so reden? wer hält das denn aus? erklär mir eure Ränge wenn jemand Neues in unserer Reihen aufgenommen wird dann wird er zuallererst Akolyt als Akolyt ist man berechtigt die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten jeder neue Rang bringt neue Vorteile aber auch Pflichten mit sich ich glaube die Leute von Odyssey machen doch auch eine neue Mod ja dazu gibt es auch ich habe vergessen wie die heißt aber dazu gibt es auch schon Gameplay-Szenen auf dem Odyssey Mod-Kanal auf YouTube habe ich das nicht sogar geteilt? irgendwann mal Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind unsere Stärke unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge die sie aufhalten können wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen da haben wir einen Sinn den Sinn die Welt wieder zu dem zu machen was sie einst war und noch weit darüber hinaus tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen Glauben und unserer Technologie Jürgen und sonst machst du wieder Hauptsprecher? auf keinen Fall Luca ne also das war viel zu viel bei Odyssey und damals ich hätte diese Rolle nicht annehmen müssen ich war noch nicht so weit jetzt könnte man das besser machen aber es ist einfach zu viel das hat über ein Jahr gedauert und ich habe es nicht gut gemacht zum Beispiel bei Gladiator oder bei dieser Mini-Mod Erilan da war ich ja auch Hauptsprecher beziehungsweise Gladiator kommt ja erst nächsten Monat jetzt raus da finde ich habe ich das schon viel besser gemacht aber bei Odyssey das war einfach zu viel du entscheidest also wer Kleriker wird und wer nicht ganz richtig erst wenn ich sage dass jemand bereit ist darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen mal angenommen du würdest uns beitreten wollen dann würde ich dich auf die Probe stellen du würdest eine Aufgabe für mich erledigen die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst stell mir die Aufgabe wie du möchtest da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast bist du perfekt dafür wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen du auf der anderen Seite bist ein Niemand ein unbeschriebenes Blatt wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst gibt es natürlich eine Belohnung und wenn du dich gut anstellst ist es dir auch erlaubt dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden sofern wir dich als erfahren genug erachten wie heißt der Sprecher eigentlich? also der hier heißt Helmut Winkelmann ist aber leider auch schon verstorben der ist ja auch schon seit Gothic 1 dabei in Gothic 1 hat er zum Beispiel Barl-Lukor gesprochen in Gothic 2 zum Beispiel Bromor in Risen war der dabei und so überall eigentlich ich glaube bei Gothic 3 war er nicht dabei ein Streiter Karl Ahns ja genau der bin so happy dass Gladiator eine richtige Sprachausgabe bekommt das ist mittlerweile selten geworden ja ist es aber ich deswegen als damals dann viele Leute gesagt haben ja das LP will ich nicht gucken und so und der Modder hat dann ja auch da drunter geschrieben und dann habe ich ja auch angeboten dass ich sogar den Helden spreche und dann dank dem Modder und Neo Chromicon die sich um die ganze Organisation gekümmert haben ist das dann möglich geworden ich habe ja auch noch einen Aufruf gemacht viele Leute haben sich gemeldet dann noch Leute aus dem Forum Neo macht ja seine eigene Mod hat da noch viele Sprecher zusammen getrommelt und dann kann das zustande kommen aber das ist echt dank des Modders und dank Neo wie steht es um die Alps die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht es wird erst zu meiner Aufgabe wenn sie den Hort selbst bedrohen beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen ja Carsten willkommen zurück dann nächsten Monat vor zum Zahnarzt Gladiator auch eine größere Mod ich glaube so 20-30 Spielstunden kannst du bestimmt auch verbringen ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ich würde mal sagen so 20-30 Spielstunden ist auch der Fokus ist auch eher auf dem Gameplay wegen den Elex-Händlern hier im Hort ja wo soll ich mit der Suche beginnen ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt du solltest mit ihm sprechen ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel bei dem ein Verdächtiger entkommen ist wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf drei Personen einengen wie viel würde das eigentlich für Jorgensson kosten wenn er mal ein paar Stunden Schauspielunterricht nimmt gibt es sowas überhaupt also bestimmt gibt es auch so bezahlbaren Schauspielunterricht aber also normalerweise ist das ja eher ein Schauspiel Studium das kostet Geld und dann hast du auch noch Sachen wie so Synchronsprecher-Ausbildung die gibt es auch gegen ein bisschen Geld aber ich glaube für diese Zwecke die ich mache bräuchte ich das nicht ich bin auch so schon besser geworden als am Anfang und man steigert sich man lernt dazu aber ja natürlich ist man kein professioneller Sprecher ist klar aber trotzdem wird man besser und lernt auch aus seinen Fehlern aber man muss halt dranbleiben wie bei allen Sachen das ist ja auch das was Synchronsprecher sagen man muss jeden Tag dranbleiben und das ist wahrscheinlich dann eher das Problem bei solchen Sachen wer sind die Verdächtigen es geht um Oswald Hagen und Siegfried du solltest mit den Wachen sprechen die zur Tatzeit Dienst hatten jede Wache wird angehalten Protokolle zu schreiben wenn wir Glück haben geben diese uns Aufschluss darüber wer der wahre Täter ist woher Dark Souls schon fertig Dark Souls ist doch schon seit seit Mittwoch fertig oder nicht Fred nur die Schlauen lernen dazu ja wir gehen einfach davon aus dass der Großteil der sich damit beschäftigen will der will ja dazu lernen wo finde ich die Wachen die ich befragen soll Xander die Torwache kennst du ja bereits er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden die Grubenwache findest du hier direkt westlich unterhalb der Kathedrale und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers bei den Roboterproduktionsstätten was war eigentlich der Hauptgrund für dich mit Streaming anzufangen? also YouTube habe ich ja schon lange gemacht das Streaming ist ja erst seit ein paar Monaten das jetzt auf meinem Kanal streamen ich wollte das einfach mal ausprobieren und gucken ob es mir auch Spaß macht hier live mit dem Chat zu interagieren und gleichzeitig Spiele zu spielen und das macht mir sehr viel Spaß und deswegen bleibe ich jetzt dran und ich habe auch dann obwohl ich auf meinem Kanal ja eher immer Gothic fokussiert bin kann ich hier dann auch in Zukunft auch mal andere Sachen spielen wie zum Beispiel auch Dark Souls und ich weiß das interessiert ja nicht so viele aber das ist eher so ein lockeres Umfeld wo man auch mal andere Spiele testen kann und so das ist halt schön ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen also pass gut auf viel wissen wir nicht die Tat ist nachts begangen worden vor einigen Tagen einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen aber nun ja sagen wir einfach er ist nicht mehr in der Lage uns sinnvolle Informationen zu geben unsere einzige Hoffnung ist es jetzt die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas es gibt doch Musik sie ist nur sehr leise ist die Musik zu leise soll ich sie lauter stellen ich habe ja vorhin schon gefragt wenn sowas ist ihr könnt auch einfach dann einen Chat schreiben wenn irgendwas zu leise zu laut ist so könnt ihr euch das vorstellen nach 30 Minuten ist das Gespräch mal endlich vorbei äh Audio Musiklautstärke aber Effektlautstärke ist auch nur auf 10% ich mache mal alles ein bisschen hoch vielleicht ist es dann zu laut müsst ihr mir dann gleich sagen oder ich mache einfach die Gesamtlautstärke mehr vielleicht ist es so besser warte mal hat er es jetzt übernommen ging es hier nicht noch nach oben doch siehst du nicht dass ich beschäftigt bin äh wo muss ich denn ah hier da ist er doch ah hier hätte man sich angucken können wie der andere hingerichtet wurde ah ja ein Neuankömmling wie ich sehe lass mich dich anschauen dein Gesicht verrät mir dass du schon so manchen Kampf bestritten hast deine Augen verraten mir dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst was auch immer dir widerfahren sein mag nun bist du frei mein Sohn ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen ja also es ist wirklich so Game Insight die Gespräche dauern hier unglaublich lange alle deswegen habe ich auch zum Beispiel Goliath komplett geskippt wir wären wahrscheinlich vier Streams allein in Goliath gewesen wenn wir da alles Optionale gemacht hätten bevor wir hierhin gekommen wären deswegen bin ich direkt hier hin und selbst hier dauert es ja ewig wenn einer schon 30 Minuten spricht und hallo Serso und hallo Endago verschon mich mit deinem Gefase genau wie ich es erwartet habe aufsässig und ungläubig also gut warum bist du hier was kann ich für dich tun mein Sohn du bist der oberste Judikator Anführer der Kleriker du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts du willst über den Krieg sprechen ja du willst wissen warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln anstatt den Feind im nördlichen Konverter anzugreifen du willst wissen welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben oder bist du nur hier um mir ins Gewissen zu reden die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen was es auch ist das sind Dinge die den Judikatoren vorbehalten sind mein Sohn deine Aufgabe ist es zu vertrauen nur wer fest im Glauben ist kann uns dienlich sein jeder der unreines Gedankengut verbreitet wird im Feuer dieses Berges verenden denk immer daran ja Himmelsläufer in Elex 2 ist es noch schlimmer geworden das stimmt so ein Middick aber es ist hier trotzdem nicht gut und es ist nicht nur das was du sagst dass man alles durcharbeiten muss man muss auch zusätzlich ähm sind einfach viele Dialoge richtig unnötig weil es einfach doppelt gemoppelt ist ne weil die wiederholen sich dann auch ständig und dann bestätigt quasi Jax auch noch das was gesagt wurde und fragt dann nochmal explizit nach obwohl es ja gerade schon gesagt wurde das sind einfach solche Unnötigkeiten und alle Gespräche ziehen sich ins Unermessliche Spar dir deine Drohungen Ohne meine Hilfe werdet ihr nicht weit kommen Hm Irgendetwas sagt mir dass ich dich kenne Dein Gesicht Nein Du bist kein einfacher Mann Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg Also gut Lass uns darüber sprechen Doch vorher sagst du mir wer du warst bevor du den Hort betreten hast Ja ich bin ein Niemand aber vorher sage ich ihr werdet nicht ohne mich klarkommen Und hallo Corvus Ich will den Klerikern beitreten und die Magie austesten von denen Und TheTailTeller Wir bremsen die Gespräche auf 50% dann schlagen wir das beim Marketing auf die Spielzeit auf Ja genau so Ich sag jetzt ich bin Niemand Ich bin Niemand Du bist kein Niemand Deine Erscheinung erzählt eine Geschichte von Bedeutung und Siegeswille Aber auch von Zweifel und Kampf gegen sich selbst Aber du bist unerschrocken und mutig Kriterien die wir hier im Hort oft vermissen Egal wer du gestern noch warst Der Mann der hier vor mir steht hat einen gewissen Ruf der ihn vorauseilt Du hast großes Potential das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen Also sprechen wir über den Krieg Was willst du wissen? Was für ein großes Potential sieht der überhaupt in uns Das ist so lächerlich Kann man bei Elex eigentlich auch fraktionslos durchspielen Hab das noch nie ausprobiert Also du kannst sehr lange fraktionslos spielen bis auch keine Ahnung Du kannst alles erkunden alles machen richtig stark werden Aber irgendwann musst du dich einer Gemeinschaft anschließen sonst geht die Hauptquest nicht weiter Und dann darfst du auch eine Viertelstunde Gespräch führen und dann kommt ein Passus nach dem anderen weil du alles mögliche schon erledigt hast Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her Unsere Verluste waren verheerend Judikator Johann war an vorderster Front Sein Tod war ein Schock für uns alle Ich bin mir sicher Wenn die Alps wüssten wie es um uns bestellt ist würden sie es wieder versuchen Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt Nur Gott weiß wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen Der Alp-Commander im Konverter mein direkter Gegenspieler wartet nur darauf dass wir den Hort verlassen Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen Es ist der einzige Weg um Ignadon zu befreien Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten die uns daran hindern werden wenn wir es versuchen Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein Nehmen die Kleriker eigentlich auch wenn man zugibt dass man Jax ist? Keine Ahnung, Karl Und moin, äh, Lümon Dann, äh, starte doch auch ne Runde, Elix Sieht man die Kälte eigentlich auch an Jax selber? Ne Ich glaube, der sieht genauso aus wie immer Außerdem, ähm, spielt Kälte eigentlich dieses ganze Moralsystem spielt fast gar keine Rolle außer bei irgendwelchen naja, Dialogeinblendungen dann Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe habt ihr mehr als genug Maschinen Das mag sein Doch muss sie jemand führen Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug Jedoch wird das nicht reichen Judikator Johann fehlt uns Sein Tod schadet uns mehr als ich zugeben möchte Wir brauchen einen neuen Feldherrn Ähm, was ist mit mir? Hm, ich glaube, das übersteigt doch wohl deine Kompetenzen Mein Sohn Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja Hm, dachte ich mir Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen Doch als Soldat Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch Töricht? Es ist eine Sache des Glaubens Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren der nicht rein ist Ja Für das Ende spielt der Kältewert eine große Rolle Ja, stimmt Gibt es nicht drei Enten? Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden Tja, ist ja nicht so als hätten wir es nicht schon versucht Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden Und doch Bei uns im Hort sind zumindest schon zwei, die es können Reinhold und ich Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws Völlig egal Nur rein muss er sein Und bereit sein Sein Leben für die Menschen Hier in Ignadon Aufs Spiel zu setzen Wenn du es so sagst Führt es sich noch unwahrscheinlicher an Ich weiß Aber wir haben keine andere Wahl Am besten du befragst als erstes Die obersten Anführer Der anderen Gemeinschaften Vielleicht haben wir ja Glück Ja Ich hoffe es Aber das ist voll das Armutszeugnis für die Kleriker Weißt du Die haben ja auch so Leute wie Hagen Und nicht mal Hagen Wird in Erwägung gezogen Um hier irgendjemanden zu führen So ein Lappen So Vogelfrei Gefährtin Ignadon Diese Übersicht hier ist So übersichtlich Kontakt Wo ist denn Hä? Sorry Auf Karte markieren Nein Nächtliche Geschäfte Das Das will ich Das ist doch schön Mehr wollte ich doch gar nicht Die reden Ja Saulangatmig Und wiederholen sich ständig Lasst euch nicht verführen Von den Versuchungen des Elex Was weißt du über den Elex Handel hier im Hort Du solltest dich nicht damit beschäftigen Mein Sohn Reinhold und Dietrich Nehmen sich dieser Sache an Ich weiß nur Dass jeder Der damit zu tun hat Jetzt sehr vorsichtig sein sollte Kalan wird die Unreinen bestrafen Sei dir dessen immer bewusst Mehr habe ich dazu nicht zu sagen Nur wer einen reinen Körper hat Kann erhoffen Von Kalan gerettet zu werden Fass dich kurz Ich bin beschäftigt Was weißt du über den Elex Handel hier im Hort Ach du bist dann wohl Derjenige Den Reinhold schickt Ich habe Vorschriftsmäßig Protokoll geführt Wer sind nochmal Die Verdächtigen Siegfried Hagen Und Ausweit Ach ja Genau Hier hast du das entsprechende Protokoll Alles was ich weiß Steht dort drinnen Vielleicht hilft es dir ja Danke Verdächtiger Personenkreis Überwachungsprotokoll 1 Ich habe Siegfried Von morgen bis Mittag An der Schienenhalle gesehen Hagen habe ich morgens Bei den Gruben gesehen Und dann aus den Augen verloren Ausweit habe ich nur abends Bei einer seiner Predigten gesehen Der Wahnsinn Da bin ich Da ist die Fabrikwache Quatschen wir auch mal mit der Hallo Stefan K Bestimmt Hagen Der hat es nicht drauf Weil der muss ja nach Kurines Elex schürfen So war das Hier ist der Rüstmeister Der Spilles Moin Was möchtest du Was möchtest du Was möchtest du Wegen dem Elexhandel Hier im Hort Moment Woher weißt du davon Reinhold schickt mich Ich soll mir eure Protokolle Von der Tatzeit anschauen Dich schickt er dafür Hm Na gut Er wird schon wissen Was er tut Hier hast du mein Protokoll Über die Verdächtigen Mehr als das Weiß ich auch nicht Hat PB eigentlich schon Über ihr nächstes Projekt Gesprochen Auf Elex 4 Hätte ich ehrlich gesagt Wenig Lust Die machen ja auch nicht Elex 4 Die machen ja Elex 3 Embargo Also ist alles gut Oh hier sind die Lichtverhältnisse Wieder besser Ich hab gehört Das Miental wird jetzt Von den Jags belagert Genau von denen Was kannst du mir Über den Elexhandel Hier im Hort sagen Na sieh mal einer an Dich hat also Reinhold geschickt Die Sache aufzuklären Interessant Bevor ich dir mein Protokoll Über die Verdächtigen Gebe Möchte ich dir Ein Angebot machen Ich will Dass du Siegfried Beschuldigst Egal ob er der Elexhändler ist Oder nicht Siegfried ist Der einzige Händler Hier im Hort Den ich nicht Unter meiner Kontrolle Habe Ich kann hier Keine Händler gebrauchen Die unreguliert Waren verkaufen Ich will Dass du dafür sorgst Dass Siegfried Des Elexhandels Beschuldigt wird Alles klar Dass ich dich Für den Gefallen Bezahlen werde Versteht sich von selbst Ja das Sagtest du jetzt Mehrmals Aber ich glaube Er will Dass wir Siegfried Beschuldigen Oder Was Warte Wir machen das Einfach Alles klar Ich werde es tun Eine gute Entscheidung Wie dem auch sei Hier hast du Mein Protokoll Wer weiß Vielleicht hast du Ja Glück Und er ist Sowieso der Täter Enttäusch mich nicht Ich wurde von Reinhold dazu Angehalten Nach gewissen Personen Ausschau zu halten Leider konnte ich Siegfried am Fraglichen Tag Gar nicht sehen Ich frage mich Was er wohl Getrieben hat Hagen konnte ich Den ganzen Tag Beobachten Nur mittags War er plötzlich Verschwunden Dafür habe ich Oswald mittags Gesehen Ah ja Überwachungsprotokoll Der Subjekte Siegfried Hagen und Oswald Siegfried Wurde von mir Mittag Bis morgens Beobachtet Es konnte nichts Ungewöhnliches Festgestellt werden Hagen wurde von mir Die ganze Nacht Beobachtet Es konnte nichts Ungewöhnliches Festgestellt werden Oswald Konnte ich morgens Beobachten Es konnte nichts Ungewöhnliches Festgestellt werden Ich wünsche Alle Würden sich An die Protokollierungsform halten Ja Wir beschuldigen Die jetzt einfach Gucken Was passiert Schau dir das Inventar Und dann schau dir das Inventar Von edX2 an Wo alles Wo einfach alles in einem Tab Ist Wie kann das sein Wie kann man so rückständig sein Ich bin so sauer Aber ich bin hier auch voll Also das ist auch nicht übersichtlich Also übersichtlicher als edX2 Ja Bei edX2 muss man richtig lange scrollen Immer Aber Ja EdX2 ist schlimmer geworden Was das angeht Sie haben versucht So ein bisschen Hier beim Charaktermenü Den stellt man ja so da Da kann man da so Sachen reinziehen Und so Das ist auch Vielleicht besser geworden In dem Punkt Aber übersichtlicher Und einkategorisiert Ist das nicht wirklich Das hat selbst ein Gothic 3 Besser gemacht Und hallo Duel Ja Na wenn wir Also edX Spielen wir jetzt in Ruhe durch Dann spielen wir Darksorts 3 Und dann kommt edX2 Hoffentlich kommt bald schon edX3 Das wäre der Wahnsinn Wenn die jetzt edX3 So richtig schnell hinterherziehen So nächstes Jahr kommt's raus Und ist wieder die gleiche Welt Richtig gespeichert Wegen den Elexhändlern hier im Hort Ja Ich vermute ich kenne den Verdächtigen Du hast also eine Vermutung Wer es war Es muss Siegfried gewesen sein Ist das so? Interessant Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet Ich werde der Sache auf den Grund gehen Wenn er wirklich der Verdächtige ist Dann wird er seine gerechte Strafe erhalten Wenn dies geschehen ist Wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten Handele im Namen Kalans Und wir werden dich bei uns aufnehmen Ja Das hoffe ich Was muss ich alles machen Um hier aufgenommen zu werden? Muss ich nochmal gucken EdX3 einfach 5 Minuten nach dem Ende von edX2 Das wäre doch mal was Es ist einfach nochmal das gleiche Spiel Aber es geht dann weiter Wann Baldus geht 3? Gar nicht vorerst Master Ich habe gehört Dass du jemanden des Elexhandels Bei Reinhold beschuldigt hast Ja Sehr gut Ich bin sicher Jetzt wird Siegfried einsehen Das mit mir nicht zu spaßen ist Auch wenn ich davon ausgehe Dass Reinhold herausfinden wird Dass er nicht der wahre Täter ist So sollte es Siegfried doch eine Lehre sein Vielen Dank für deine Hilfe Hier hast du die versprochene Bezahlung Es war schön mit dir Geschäfte zu machen Hahaha Hier Das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben Keine Fragen Die Bedeutung erschließt sich dir noch Andernfalls solltest du jetzt wissen Mit wem du es zu tun hast Hahaha Felix 2 war der schlechteste Titel vom PB für mich Ich glaube das geht vielen so Alter Ignadon ist ja diesmal Total freundlich Es ist so hell hier Ich weiß nicht immer total Düster und Und so Das ist ja voll einladend Verhältnismäßig Beten Alter neue Stufe Du fühlst dich gut Tue ich das Bist du etwa die Verstärkung Ich wurde nicht geschickt Verdammt wo bleiben die denn Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf Dass die Leute aus dem Hort mir helfen Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren Kannst du mir das sagen Du bist Händler Ja Also momentan nicht Alles was ich habe behalte ich erstmal für mich Bis ich meine Waren zurück habe Gefällt dir denn Elex 1 Grundsätzlich Äh Tarek Also Elex 1 hat wieder viele Dinge Richtiger gemacht als ein Risen 3 Beispielsweise Ne Also es ist an sich Würde ich sagen Kein schlechtes Spiel Es hat seine Macken Aber es ist kein schlechtes Spiel Aber es macht auch jetzt Es ist besser als ein Risen 2 und 3 Vielleicht im Gesamtpaket Aber es kommt trotzdem nicht an die alten Werke Von den alten Piranhas ran Ne Deswegen Äh Elex werde ich auch nie so oft spielen Und so viel Spaß damit haben Wie mit den alten Gothic-Teilen Beispielsweise Ne Ich sagte es schon einmal Und ich sage es wieder Elex 2 war das beste Piranha-Wat-Spiel Des letzten Jahres Das kann man Äh Durchaus Sagen Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde Und jetzt habe ich keine Waren mehr Mit denen ich handeln könnte Bei der Flucht vor den Biestern Habe ich auch meine gute Waffe verloren Das heißt Ich kann mich mit dem Schrottheil Das ich noch habe Nicht mal ordentlich wehren Hier Pass mal auf Du willst doch bestimmt In den Hort der Kleriker Oder? Wenn du mir hilfst Und mir meine Waren wiederbringst Dann sorge ich dafür Dass du in den Hort kommst Was hältst du davon? Ich war bereits im Hort der Kleriker Wenn das so ist Bin ich natürlich auch bereit Dich angemessen zu bezahlen Wenn du mir hilfst Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst Und an der Straße weiter Richtung Westen folgst Solltest du ihn relativ schnell finden Ich bringe dir deine verlorenen Waren Ich hatte gehofft Dass du das sagen würdest Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass Wer weiß Wann sie mir endlich geholfen hätten Alter Zauberer Das wäre ja der Plot-Fist Und dann kommt Inquisitor Mendoza Und es stellt sich heraus Dass Inquisitor Mendoza Die ganze Zeit Kalan war Hast du in der Planung Einen erneuten Acholos-Durchlauf zu machen? Irgendwann nach New Balance Weiter so mit der tollen Arbeit Deine Let's Plays sind jeden Tag Meine Gute-Nacht-Geschichte Stefan K., danke für 12 Euro Freut mich, dass es dich gut unterhält Also ich würde gerne Acholos im Stream spielen Und wenn dann irgendwann das große Acholos-Update kommt Dann würde ich gerne noch einen LP machen Aber Acholos will ich auf jeden Fall auch noch im Stream spielen Das haben wir neulich noch Im Stream quasi so besprochen So ein bisschen Aber ja, ein weiterer Acholos-Run kommt auf jeden Fall So, wir könnten ja mal diese Waren holen Ähm Oh, ich hab hier echt keine Übersicht Takt Großoffensive Gefährten weg Ignadon Muss alt, mach neu Finger weg Glaubensfrage Nahrung für die Kleriker Nahrung für die Kleriker Naja, ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt Äh Y ist es Da vorne Sieh mal eine an Ja komm, dann holen wir das mal eben Wirst du mal lieber deine Axt aus Nö Weißt du warum? Diese Keule hat nämlich Die supergeile OP Attacke Die ist viel besser als die von der Axt Nö, nö, äh Brother Tobias Das versteckte Ende möchte ich gar nicht machen Also ich möchte es schon gerne ausführlich spielen Bei Acholos Bei Acholos ist großartig Von daher Achso, und irgendjemand hat doch gerade noch das mit dem Flammenwerfer geschrieben Äh, das könnten wir eventuell versuchen Ja, willkommen bei Elex 2 Äh, 1 Dem Spiel Wo man auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad Immer gewoneshottet wird Ich denke auch Das versteckte Acholos-Ende findet man nicht von selbst Und ich wurde ja nicht beim versteckten Acholos-Ende gespoilert Also auch schon Aber, ähm Der Spoiler war ja Für mich wesentlich schlimmer Weil mir Die Sache mit, ähm Mit, 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 mit Marvin quasi gespoilert wurde, ne Vorher Schon ganz am Anfang irgendwann Und viele andere Sachen natürlich auch Aber das ist ja bei Returning auch so Dass Leute Ich weiß auch viele meint es ja nicht böse Die wollen da einfach helfen Aber Sie vergessen Naja, dass sie eben spoilern Und das nicht eben Spaß macht Außerdem ist ja auch so eine Sache Zum Beispiel dann sagen viele Ja, warum guckst du nicht in die Hilfe-Menüs rein Da ist doch alles erklärt zu den Gilden Und wann willst du dich endlich Jetzt einer Gilde anschließen Und hier und da Und ich denke mir so Ich will aber auch nicht ins Hilfe-Menü gucken Weil auch das Hilfe-Menü Spoilert in vielen Fällen Schon Dinge, die man noch gar nicht Wissen Kann Ne Warte mal Ich bin ja viel zu weit gelaufen Weil du hast gewisse Sachen noch gar nicht im Spiel gefunden Aber das Hilfe-Menü sagt dir schon So und so sieht's aus Ach Junge, ey Ach, die Waren Die Waren sind dann auch Hier oder was Bei diesen Viechern Komm, wir versuchen mal Gegen eins zu kämpfen Ach, die kommen alle Zu dritt Natürlich Ich will einfach nur mal gucken Der macht guten Schaden, ne Ja, okay Ich glaube, das kann ich vergessen Vielleicht besorge ich mir echt so einen Flammenwerfer Und guck mal Wie gut er ist Du fühlst dich gut Hallo, Marduk Schön, dass du dabei bist Wo willst du hin Ja, ich bin gerade vorbeigelaufen Ich dachte, ich muss noch weiter Ich hab gar nicht auf die Minimap geguckt Welche Gilden gibt es eigentlich in Acholos Und wann kann, sollte man sich einer anschließen Also in Acholos gibt es Einmal die Miliz Quasi Stadtwache Und die Aroxos-Händler-Gilde Aber du hast verschiedene Laufbahnen Also hast du quasi vier unterschiedliche Wege Warte mal Gab es hier nicht auch einen Einen speziellen Flammenwerfer irgendwo Der Anfang von Elex war für mich hart Nur am rumrennen und nicht sterben Ja, das ist auch echt nicht so gut gelöst Und wenn du dein Viecher tötest Dann bringen sie auch noch kaum Erfahrung, ne Suchst du was Bestimmtes? Ich suche die Werkshalle Ich weiß nicht, wo sie ist Ach, die war hier hinten irgendwo, ne Du könntest bis zur Nacht schlafen Schlafen die Viecher dann? Also vier Playthroughs Und fünf für das versteckte Ende Also gibt es fünf verschiedene Sachen Wie du spielen kannst Aber ich wette Du hast sogar noch mehr Möglichkeiten Durch verschiedene Nebenquest-Entscheidungen Und so War der Hort nicht dunkler? Ich hab das Spiel Auf die höchste Helligkeit gestellt Weil es vorhin sehr dunkler war Aber Ignadon ist generell heller Ich weiß nicht, woran das liegt Ich hab das auch alles ganz Dunkler in Erinnerung Ach, der Schmelzofen Aber der Schmelzofen ist, glaube ich Ein bisschen hart, oder? Was brauche ich dafür? 55 Geschick und 68 Stärke Das ist ja ein bisschen viel Ist Elix denn überhaupt gut? Also Wenn du Ja, manche Quests sind gut Die Welt erkunden, macht auch Spaß Es gibt sehr schöne Orte Also es ist kein schlechtes Spiel Würde ich nicht sagen Aber es ist halt ein bisschen Gewöhnungsbedürftig, ne Ich hab mich schon wieder verlaufen Übrigens Face Face it Face it Danke für die Kanalmitgliedschaft Mann, ich hab schon wieder Vergessen, wo ich lang muss Ah, hier Verkaufe mir etwas aus den Lagern Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst Und Montero Brennstoff Flammenwerfer Typ B Der braucht 31 Geschick Und 31 Stärke Ich hab auch Flammenwerfer noch nicht benutzt Ich glaube, das machen wir Wir verkaufen mal die rostige Axt Und den Schmelzofen Der ist ja eh viel wert Die Handgranaten Handgranaten behalte ich mal Äh, den Bogen behalte ich auch erst Amulett des Abenteurers behalte ich auch Die Werkerhose könnte ich eigentlich mal tragen Handel akzeptieren Ne, Brennstoff brauche ich noch Für später schon mal Was kostet das denn? Brennstoff ist so günstig? Moment, wirklich? Habe ich gerade 130 Brennstoff geholt? Das ist ja voll günstig Ja, nice 31,31 also Hallo Aristoteles Ja, schön, dass du mal live dabei bist Ähm Warte mal, nochmal gucken Zur Sicherheit Ne Ich hab das ja gar nicht verkauft jetzt Hä? Bin ich blöd? Habe ich das nicht Verkaufe mir etwas aus den Lagern Ich zeige dir alles Was du mit deinem Rang kaufen darfst Hä, warum habe ich das denn jetzt nicht gekauft? Handel akzeptieren Jetzt habe ich es gemacht Okay, ganz komisch irgendwie 31 Stärke und Geschick Na gut Ja, wir müssen noch ein bisschen So questen Handel zurücksetzen Hast du gedrückt? Achso, scheiße Ja, ich muss mich wieder daran gewöhnen Hier an den ganzen Bums So Finger weg Den Roboter kann ich sowieso noch nicht töten Stahlharz Was ist denn hiermit? Der ist da Dann gehen wir mal da hin Also ich bin wirklich nicht gewohnt Dass Ignadon so hell ist Ich habe das so im Kopf Dass hier alles so richtig düster war Aber so lässt es sich ja hier echt gut aushalten Was denn der Stand? Bist du schon Super Saiyan? Ich bin noch gar nichts Ich bin immer noch ein Vagabund Ich habe nicht meine Hose an Die muss ich jetzt mal anziehen Nice Mit den geilen Fellboots Was ist? Ich bin hier um eine Lieferung abzuholen Ach ja? Ich kann mich nicht erinnern Dass wir beide in einer Geschäftsbeziehung miteinander stehen Also frage ich mich Was ich von dir halten soll Ich bin im Auftrag von Godehard unterwegs Godehard? Wer soll das sein? Ach ja, ich erinnere mich Du redest von diesem gebeutelten Typen Der sich den Arsch für ein paar Blecheimer aufreißt Das ändert natürlich alles, mein Freund Also Was Wolltest du nochmal von mir? Ich finde es blöd Dass man so viele Quests haben kann Die einfach unmöglich zu lösen sind Ja, ich meine Es ist schon, glaube ich Am Anfang darauf ausgelegt Dass du wirklich erst in Goliat bleibst Da ist es ein bisschen einfacher Aber ja Ersatzteile Eine Menge davon Äh Ersatzteile? Ach ja Ich erinnere mich Die Ersatzteile Natürlich habe ich sie bei mir Gut verpackt Und 1A Qualität Wie immer Aber jetzt habe ich eine Frage Kannst du mich überhaupt bezahlen? Hältst du mich für mittellos? Natürlich nicht, Partner Wie findest du das System der Stims? Boah, ich habe mal als Outlaw gespielt Ich glaube, die Stims waren voll OP, ne? Hier sind die Splitter für Godehals Lieferung Und der Rest? Welcher Rest? Der Rest, der durch die gestiegene Nachfrage zustande gekommen ist Um genau zu sein, das Doppelte Also, brauchst du weitere Lektionen in Angebot und Nachfrage Oder rückst du langsam damit raus? Ich meine, die Stims sind ja auch wie so eine Art Magiesystem Du nutzt die ja auch Quasi Ähm, ich glaube, das ist ja auch Der Ersatz der Magie bei den Outlaws, ne? Die haben ja keine Magie So Du bekommst nicht einen Splitter mehr, als ausgemacht war Komisch, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich bekomme, was ich will Du siehst mir nicht gerade pleite aus Ich denke, ich werde selbst nachsehen, ob du nicht noch mehr Splitter in der Tasche hast Dich hole ich mir! Geil, Shorty zu besiegen wird jetzt auch nicht klappen Oh, ich mache ja unglaublich viel Schaden bei Shorty Das ist ja der Wahnsinn Ich habe sogar auf, ähm Okay, ich darf mich nicht einmal treffen lassen Ganz genau Ja, er glitscht da erstmal rum Das ist der Kampf, den die Geschichte eingehen wird Komisch, die Heart-Attacke unterbricht den nicht Oh, shit Läuft doch Kombo-Meter ist der Schlüssel zum Sieg Das geht übrigens gerade nur Weil wir die Ausdauer ausgestellt haben, ne? Nein! Die Spezial-Attacke vom Eisenrohr ist echt sehr gut Ich glaube, das ist die beste im ganzen Spiel Ach, der ist direkt tot? Ich dachte nicht, dass der direkt stirbt Wer kann dann erwarten, dass jemand direkt stirbt, wenn man ihn mit einem Eisenrohr verprügelt? Hätte ich jetzt nicht gedacht Dann hätte ich ihn ja auch zu den Viechern da hinten locken können Naja, dann gehen wir mal und geben das mal ab Du hast ihm 100 Elexid gegeben und 75 Elex von seiner Leiche gelootet Ja, das waren ja die, äh Also, du, ein bisschen was wir dir immer einbehalten vom Haus, ne? Darfst du nicht vergessen Fünf Minuten lang verprügelt Ja, das war schon übel Ich habe gerade keine Zeit Wo ist ein Go to heart? Geh mal weg Diesen Kersten habe ich von deinem Lieferanten bekommen Sehr gut Jetzt kann ich den Fehlstand der letzten Zeit aufholen Vielleicht interessiert es dich, dass er tot ist Tot? Hat wohl den Hals nicht voll genug bekommen Aber was kümmert es mich? Da wird sich bald ein passender Ersatz finden War das dann alles? Dein Lohn steht noch aus, aber das haben wir gleich Ah, nimm Danke Also finde ich ja Elex 1 sehr erfrischend War vom Setting Bin doch immer sauer, was PB Uns mit dem Titan Äh, mit dem Titan Mit dem zweiten Teil Geschert hat Ja, Sven Geht mir auch so Hast du eigentlich noch Spaß in Gothic 2 Returning? Sehr viel Spaß Bin ja schon viel weiter Jetzt als die aktuellen Folgen Hab richtig Bock Ich hab mich aber immer noch keiner Guild und so angeschlossen Mach ja noch die optionalen Sachen Es gibt so viel zu tun Aber es macht mir richtig Spaß Wenn man dann gerade auch so ein bisschen stärker ist Und schon sich mit dem einen oder anderen Viech anlegen kann Dann Ja Ist das schon nice Äh, Ignaton Aus alt mach neu Ja, den Roboter kann ich sowieso noch nicht besiegen Glaubensfrage Ja, das kann ich auch vergessen Mutanten Oder muss ich da einfach nur hinlaufen? Ich könnte es probieren Vielleicht bringt die Quest ja viel Erfahrung Der Returning hat doch echt gute Nebenquests Und auch nicht so viele, dass man die Übersicht verliert Ja, es sind schon sehr viele Quests, Raphat Und viele finde ich auch eher so Die wären jetzt nicht schlimm, wenn sie auch weg gewesen wären Aber manche haben mir auch sehr gut gefallen Ich glaube, man kann entspannt 15, 60 Stunden Kapitel 1 Verbringen So wie es scheint, werde ich das auch tun Akantos Äh Ah Oh, eine sehr blutige Zigarette Du bist noch ganz am Anfang Ich weiß Hallo Twikish Also ich habe mit Ist mit Returning auch nicht Eilig Das kann ruhig Also wenn es so weiter geht Dann habe ich kein Problem Das 100 100 mehr Stunden zu spielen Und ich meine Ich denke Viele von diesen Fetch Quests oder so Die kann man wahrscheinlich dann auch weglassen Und sind optional Mal gucken Wie war denn der Wechsel von Akania auf Returning Es gab ja keinen Wechsel Es war ja immer ein Hin und Her Also der Wechsel war ja stetig Eigentlich Und dann habe ich Akania einmal durchgespielt Und jetzt bin ich damit durch Und brauche mich auch nie wieder damit beschäftigen Von der Steuerung geht ja Akania klar Und so Aber es ist halt absolut Gammelig am Ende Du läufst halt nur rum In der Welt Ist alles leer Nichts passiert Hast du sinnfreie Dialoge Wenn welche mal da sind Und dann hast du noch Horden von Gegnern Mit denen du dich prügeln darfst Ja komm Abgeschlossen Oh shit Boah Drohme Nein Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ich meine, ich habe ja selber viel gelobt bei Arcane ja noch, was andere ja zum Beispiel gar nicht mehr machen. Die sagen ja, alles ist scheiße. Es ist ja auch nicht alles scheiße. Du erkennst ja immer mal wieder auch positive Aspekte im Spiel. Aber irgendwann hört es dann auch einfach auf. Fast hätte ich es vergessen. Deine Bezahlung. Alles angetreten. Bis Tushu war es okay. Ja, bis Tushu würde ich auch sagen, war es okay. Es war mittelmäßig und dann wurde es immer schlechter. Bis Tushu kann man sagen, es war okay. Aber auch da wird es keinen Preis gewinnen und... Ich meine, auch schon Tushu gab es viele Leere. Gehen die da jetzt wirklich hin und kämpfen gehen die? Das ist ja cool. Wusste ich auch nicht mehr. So, was haben wir denn noch so zu tun? Nahrung für die Kleriker. Ich drücke immer die falsche Taste. Habe ich das jetzt markiert? Da unten. Na, dann laufen wir mal dahin. Irgendso kann man bald mal wieder mit Podcast-artigen Videos von die Rechnern. Also eigentlich habe ich da nichts geplant. Jetzt, also explizit. Weil gerade viele Sachen auch im Hintergrund laufen, die ihr ja gar nicht so mitbekommt. Und ich habe nichts geplant derartig. Wenn mir jetzt mal jemand Bock hätte, mit mir zu quatschen, über Podcast-mäßig, da hätte ich ja auch kein Problem mit. Ein Podcast aufnehmen ist ja jetzt kein Hexenwerk. Aber ich habe jetzt nichts geplant. Alter, ein Typ hier ist da unten. Kann man die nicht sogar dort am Vorkommen treffen? Ja, das meinte ich ja gerade, ob die da hinlaufen, Quizzle. Hallo, Fremde. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Was hat denn Xardas hier zum Verkaufen? Schwarze Lederkapuze. Sollen wir uns die kaufen? Plus und plus eins. Schachterhemd. Ich meine, auch das wäre nicht schlecht. Ich kaufe mir die schwarze Lederkapuze. Habe ich hier richtig Bock drauf. Und Brennstoff. Noch mehr Brennstoff. Lasergewehr. Plasmagewehr. Wir wollen ja den Flammenwerfer nehmen. Ja, sonst... Also, dass Brennstoff so günstig ist, ist ja schon sehr geil. Muss ich sagen. Oh ja. Ein richtiger Gangster. Wie dauerhaft selbst in geschlossenen Räumen der Wind die Klamotten bewegt bei den NPCs. Das ist wegen der guten Lüftung, die die haben. Die Klimaanlage da, die macht halt ein bisschen Wind. Die wohnen im Vulkanberg. Was erwartest du denn? Dass die da keine Klima haben, oder was? Oh, die Fangheuschrecken aus Gothic. Haben sich verändert. Das ist echt so genial. Ich kann nicht mal versuchen, gegen die Viecher zu kämpfen, weil man einfach so wenig Schaden macht. Ist gar nicht möglich. Jetzt fehlt nur noch der Schnauzer. Ich habe tatsächlich eine Mod. Also, wir können eigentlich für jeden Stream das Aussehen ändern. Ich habe da einfach so... Das ist so ein Pack. Da kannst du einfach... irgendein anderes Gesicht reinladen. Das ist super einfach. Ich kann ja für den Stream morgen das Aussehen einfach mal ändern. Wenn ihr wollt. Vielleicht mögt ihr aber auch den Jax, wie er hier aussieht. Also, ich finde, Jax sieht ja hier in Elex 1 noch gut aus. In Elex 2 sieht er halt aus wie ein Plymouth-Männchen. Das sind Banditen, oder? Ja, auch gegen Banditen habe ich keine Chance. Gibt es Pläne, mal Baldur's Gate 3 zu zocken im Stream? Wurde schon oft gefragt, Twikish. Aber ich habe noch nie ein Baldur's Gate Teil gespielt. Und es hat keine deutsche Sprachausgabe, was ich nicht gut finde für einen Stream. Ja, das Rauter-Gesicht habe ich jetzt zufällig nicht, Sven. Oh, shit. Einfach rolling, rolling, rolling. Ich laufe übrigens gerade falsch, ne? Alter, ich habe es überlebt. Ja, perfekt. Oh, Mann, ey. Du fühlst dich gut. Ja, ich fühle mich sehr gut. Ja, ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Sven, ich kenne King of Come Deliverance, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Damals, als es rauskam, habe ich es versucht zu spielen. Da war aber mein Rechner nicht gut genug und danach habe ich es nie wieder probiert. Wie hast du mich genannt? Ruhig. Es war nicht meine Absicht, dir zu nahe zu treten. Ich bin Raudur. Selbsternannter Vagabund und Überlebenskünstler. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Ja, der gute Raudur, richtig. B und W, es geht ja nicht darum, ich gucke sehr viel auf Englisch und so, aber es geht einfach darum, dass ich es blöd finde, wenn ein Spiel englische Sprachausgabe hat, dass ich ein deutsches Commentary dazu mache. Und ich bin ein deutscher Kanal und ich mache kein englisches Commentary oder so. Und King & Come werden wir auch irgendwann spielen. Das müssen wir im Stream unbedingt machen. Das können wir vielleicht nach Elden Ring machen. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Willst du Starfield spielen? Boah, ich weiß nicht, ob mich Starfield interessiert vom Setting her. Ich meine, man könnte es mal anspielen, aber eigentlich sind die Streams gerade voll und LP und so technisch bin ich auch voll. Also aktuell geht es eigentlich gar nicht. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Aber die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit aufs Zuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Schmierigen Typen traue ich nicht, egal wie freundlich sie sind. Ich kann dich nicht dazu zwingen, von daher... Ja, Mordhau will ich auch unbedingt nochmal streamen, aber ich weiß auch nicht wann, weil jetzt haben wir mit Elex angefangen. Wir können ja auch zwischendurch mal irgendwann Mordhau spielen am Wochenende oder so. Dann kann ich auch noch Kurga und Evil und so fragen. Vielleicht machen die ja mit, Zauberer. Ich habe es auch ein bisschen vergessen. Aber ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich hätte mal wieder Bock drauf. So ein paar Stündchen ist Mordhau ja ganz nice. Oder Chivalry 2. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Ja, Himmelsläufer, ich glaube, du hast ja Geschichte studiert, meintest du. Du gehst da natürlich anders dran, dann so gegen den Kamm. Aber ich gehe da halt dran und denke mir, es ist halt ein Spiel und lasse mich aber darauf ein. Wenn das da jetzt geschichtlich nicht akkurat ist oder irgendwas, dann interessiert mich das herzlich wenig, weil ich weiß, ich spiele hier gerade ein Computerspiel. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich habe es jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du fünf Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elixit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Moin, Evil. Und was der Zauberer mit seinem Glied macht, das ist ein bisschen zu privat hier, ja, Evil? Elix ist auch nicht historisch korrekt. Das nimmst du zurück, Himmelsläufer. Also da hört es dann doch auf mit dem Spaß. Das ist euer Problem. Ich bin nur wegen der Vorräte hier. Gute Ansicht. Nun, dann muss ich es wohl zu deinem Problem machen. Ich bin gerne bereit, unsere Vorräte mit dir zu teilen. Aber das kann ich nicht ohne Gegenleistung tun. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Splitter aufgetrieben habe. Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir? Sind wir im Geschäft? Warst du dieses Jahr eigentlich auf der Gamescom? Äh, Kay, ich war sogar noch nie auf der Gamescom. Dieses Jahr auch nicht. Wie schade, dass es mit History of Korinus ist. Hat mir die Laune gerade ganz schön versaut. Ja, das war so ein Hoffnungsschimmer am Horizont, Evil, ne? Aber vorhin haben auch schon ein paar Leute geschrieben, dass das sowieso Scam war und da wurden irgendwann vor ein paar Monaten mal Sachen geleakt und die waren gar nicht so weit, wie sie vorher gesagt hätten und, und, und. Jungs, wie stehst du eigentlich zu solchen Klassikern wie Stronghold? Äh, Stronghold habe ich auch nie wirklich gespielt. Also, das steht auch auf der To-Do-Liste, aber weil es ein Strategiespiel ist, ist es weit weg, ne? Also, bei Stronghold-Content, wenn dir das interessiert, dann schau mal bei Kurga vorbei oder bei Udwin. Die spielen das ja täglich. Gefühlt. Ja, ich weiß nicht, ob es täglich ist, aber, ja. Elektro-Schrott soll ich besorgen. Irgendwie habe ich Bock, ihn umzubringen. Für den, also, für die Vorräte. Weil wir wollen ja sehr böse spielen. Wo ist der Elektro-Schrott? Teil-Schrott? Wer bist du? Na, du bist wohl auch schon eine Pfeile auf den Socken. Ich sagte ja, wenn du aus dem Achselschweiß eine Suppe machen kannst, dann wird es Zeit für eine Pause. Den Tipp gibt es frei aus. Danke. Übrigens ist das ja Hansjörg Karrenbrock, ne? Und ich liebe den Sprecher. Gibt es eigentlich noch weitere angekündigte Gothic-Mod-Projekte, ähnlich wie History of Korinus? Also ähnlich wie History of Korinus nicht. Ich meine, es kommt ja das Update von den Acholos. Machern. Hier ein schöner, vollgeschissener Eimer. Geil. Ansonsten macht Neo ja eine Mod, ne? Dämonenjäger der Nacht. Ja, dann kommt jetzt nächsten Monat Gladiator raus mit Sprachausgabe. Aber ähnlich wie History of Korinus oder Acholos, so in der Größenordnung, ne? Ich glaube nicht. Ja, die sind ja alle tot hier. Tja, wo kriege ich jetzt Elektroschrott her, ist die Frage. Wofür habe ich davon überhaupt? Vier, ich brauche nur ein. Das war die Stimme von Lee, ist mir nie aufgefallen. Ja, bei Lee spricht er ja noch ein bisschen anders auch und bei Koanga ja auch. Der Sprecher ist schon recht wandelbar, aber ja, das war Hans-Jörg Karrenbrock. Oh, Elektroschrott, da war er. Nice. Guten Abend, Sun Serpent. Wie bist du so früh hier hingekommen? Ähm, 9th, wir sind gelaufen nach, also ich bin vom Staat von, 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 wie heißt nochmal der Ort hier, Goliath. Hier waren wir nur und dann bin ich hier hingelaufen und von dort aus sind wir dann hier irgendwo hingelaufen und dann hat uns der Kleriker mitgenommen. Zwangsrekrutiert. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut, nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment, vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und, ähm, unberechenbar. Hm, ich glaube ich muss den jetzt umbringen. Für die Überlebenspakete. Ja, da brauche ich noch ein Level ab. Um einen Flammenwerfer zu benutzen, deswegen müssen wir jetzt wieder die Metallknüppel rausholen. Oh shit, der Typ ist ja noch stärker als der andere. Boah, das wird ein langer Kampf, würde ich sagen. Du's nicht. Der Knüppler von Zarko. Das klingt so bescheuert. Das geht auch nur, weil die Ausdauer aus ist. Das ist das Kampfsystem. Auf die zwölf, Junge. Alter, habt ihr gerade sein Gesicht gesehen? Hat er das Maul so weit aufgerissen? Er slidet hier erstmal rum. Da fühlt man sich ja fast wie, wieder, wie ein Hüsen 3. Achso, die Ausdauer spielt er wieder an. Keine Ahnung. Ich habe so noch nie gespielt. Raudos Notizen. Kurze Notiz. Und wen war die eigentlich? Zur Erinnerung hier, welcher Kurze, welcher Einheit gehört, habe ich zwar wieder vergessen, aber so viel Auswahl gibt es ja nicht. 9, 9, 8, 1. Dann gucken wir mal, wo das passt. Schon planen wegen Gilde und Kälte, Ziel beim Durchlauf. Also ich wollte gerne, also Kälte, Ziel, keine Ahnung. Ich wollte ein bisschen böse spielen, Leute umbringen und Kleriker. Und dann auf Magie gehen. Aber erstmal den Flammenwerfer, damit wir überhaupt klarkommen. Warte mal, war das überhaupt 9, 9, 8, 1? Ja. So, was hatten wir noch zur Auswahl hier? 17, 58. Geht doch. Interessiert euch gar nicht, dass ich hier alles klaue, ne? Ein bisschen böser? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen Menschen umbringen. Ich fand Risen 3 besser als das hier und das soll was heißen. Ja, im Gesamtpaket finde ich Risen 3 nicht besser als das hier. Ich nicht persönlich. 14,55. Ein Kartenstück. Und der gute Löffel. So, ich glaube... Was ist eigentlich, wenn ich die jetzt auch noch angreife, halten die zusammen? Was ist das überhaupt für ein crazy Typ hier? Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Was ist das überhaupt für ein Gangster? Nein. Könntest du aber eine Mütze voll Schlaf vertragen. Ich seh's dir doch an. Besser, du vergisst nicht, dich ab und an in die Horizontale zu begeben. Und komm ja nicht auf die Idee, ein Nickerchen zwischen den Felsen zu machen. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Im Mitzläufer, ich will doch sowieso Magie benutzen, ne? Okay, das interessiert den anderen auch nicht. Cool, dass du die Attacke nicht machst. Okay, ich glaube, ich kämpfe nicht nochmal gegen den. Wenn wir den Flammenwerfer haben, dann können wir alle wegburnen. Der wirkt böser als du mit der Sonnenbrille. Allerdings. Das tut er wirklich. Wir brauchen auch noch ne Sonnenbrille. Ist euch übrigens aufgefallen, dass wir die Kapuze auch im Gespräch sehen? Ein Teil der fantastischen Super-Elex-Mod. Hier, die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Nichts. Die Überlebenspakete gab es umsonst. Du hast sie doch hoffentlich nicht gestohlen. Spielt das eine Rolle? Den Schwachen ihre Existenz zu nehmen, fühlt sich für mich nicht richtig an. Auch wenn ich befürchte, dass ich mit dieser Meinung allein dastehe. Aber belassen wir es dabei. Vor mir musst du keine Rechenschaft ablegen. Es ist Kallans Aufgabe, über unser Schicksal zu richten, wenn er uns zu sich nimmt. Hoffen wir, dass den Menschen da draußen nicht noch mehr Schlimmes widerfährt. Gibt es eigentlich eine In-Game-Erklärung, warum überall diese Teleporter stehen und nur Jacks, die ich scheinbar benutzt? Ne, Evil. Genau das gleiche habe ich auch am Anfang des Streams mal angesprochen. Also ich kenne keine Erklärung. Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Ist hier nicht schon 24 Stunden später? Können die NPCs hier eigentlich im Sitzen sprechen? Nö. Die sind immer instant am Stehen. Zack, aufgestanden und dann sind sie im Gespräch. Hallo, ist das Gothic 5? In der Tat. So, was haben wir noch so für krasse Aufgaben in Ignadon? Ja, die Ware. Boah, die Ware, das wird schwierig. Glaubensfrager. Finger weg. Groß alt, mach neu. Ja, das hier. Wie soll ich denn diesen Roboter besiegen? Dietrich? Will ich überhaupt mal mit Dietrich gesprochen? Denkst du? Ist das Arcania 2? Nein, das ist, äh, Gothic 5. Kann der Flammenwerfer das nicht? Ich kann den noch nicht tragen, den Flammenwerfer. Ich weiß nicht, was er kann. Bist du Dietrich? Nee, das ist Hagen. Wo sind die da? Ah, hier unten sitzt er. Nee, hier oben. Nee, doch. So, du bist also einer der Neuen im Hort. Ist das so offensichtlich? Bei unserem geringen Anteil an menschlichen Soldaten fallen neue Gesichter schnell auf. Darum ist es gut, wenn ich dir ein paar Takte über mich erzähle. Ich bin der Kerl, der für die Ausbildungsplanung unserer Rekruten verantwortlich ist. Du kannst mich aber Dietrich nennen. Und bevor du weitere Fragen stellst, lass uns eine Sache gleich klarstellen. Wir alle müssen große Anstrengungen auf uns nehmen, um in den kommenden Zeiten zu bestehen. Disziplinlosigkeiten werde ich nicht hinnehmen. Das ist nicht nur Mendoza aus Risen 3, es ist auch der Sprecher von Kratos in God of War. Also ab Teil 4. Braucht der Flammenwerfer nicht Konstitution? Nö, Stärke und Geschick, sagt er mir. Klingst du nur herum oder wie kann ich mir deine Aufgabe vorstellen? Ich kümmere mich um innerdienstliche Angelegenheiten und die Koordinierung der Ausbildungsinhalte. Denn ohne eine konkrete Planung laufen die Übungen der gesamten Kompanie ins Leere. Ich kann unsere Akkulüten schließlich nicht programmieren wie unsere Maschinen. Aber wenn sie das Training durchlaufen haben, wird man den Unterschied kaum feststellen können. Zusammengefasst gesagt, kümmere ich mich um die Theorie. Die Praxis setzen dann unsere Ausbilder um. Vier, die Mods, die ich nutze, habe ich in der Beschreibung verlinkt. Sind aber nur drei Stück oder vier. Wie steht es um die Ordnung im Hort? Die Ausbildung der Kämpfer ist ins Stocken geraten. Hier und da erliegen sie der Versuchung und infizieren sich mit Elex. Ein unentschuldbares Verhalten. Das Zeug hat einzig als Energiequelle seine Berechtigung. Der Konsum ist streck untersagt. Trotzdem wird es unter unseren wachsamen Augen reingeschmuggelt und zweckentfremdet. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun? Und Vanitas, welches Spiel zum Beispiel von Sony jetzt? Was meinst du zum Beispiel? Was hat der eigentlich für eine schlechte Auflösung hier? Ihr seid ganz schön schlecht. Ohne Beweise behältst du solche Anschuldigungen besser für dich? Ich wollte nur deine Reaktion testen. Hätte ich dich wirklich in Verdacht gehabt, wärst du längst in der Grube gelandet. Ich will, dass von den wahren Schuldigen nichts weiter übrig bleibt als ein Haufen Asche. Versteh mich jetzt aber bloß nicht falsch. Ich rede nicht von den Elex-Händlern, die Reinhold Kopfschmerzen bereiten. Die sind nicht meine Baustelle. Um die Sache habe ich mich auch schon gekümmert. So, dann hast du vielleicht ein Interesse daran, diejenigen ausfindig zu machen, die unser eins mit dem Zeug beliefert haben. Und die werden wir nicht im Hort finden, sondern außerhalb. Wenn du mir also wirklich helfen willst, sei mein Gast. Wegen des Elex-Schmuggels. Geh mal zu wetten, dass... Und wette, dass du jeden Sprecher von jedem PB-Spiel kennst. Kenn ich nicht. Auch nicht per Namen. Also ich kenne viele, aber nicht alle. Warum vertraust du mir in dieser Sache? Weil ich mit Sicherheit sagen kann, dass du nicht zum Kreis der Verdächtigen zählst. Als sich diese Seuche hier ausgebreitet hat, warst du noch nicht zugegen. Außerdem vertraue ich dir nicht blind. Aber ich halte dich auch nicht für dumm. Du hast sicher längst erkannt, dass man mein Vertrauen nicht hintergehen sollte. Ja, Vanitas weiß ich nicht. Also ich habe viele dieser Spiele bei anderen Streamern geguckt. Weil die mich dann auch interessiert haben. Aber selber spielen weiß ich nicht. Also in nächster Zeit auf jeden Fall nicht. Aber in Zukunft, klar, so ein God of War oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Mal irgendwann zu spielen, die Reihe. Und ja, tatsächlich gibt es ein Gothic-Wetten-Dass. Schaut mal bei Evil auf den Kanal. Da gibt es irgendwo so ein älteres Video von Gothic-Wetten-Dass. Schön zusammengeschnitten mit Sprachfalls. Hast du Horizon Zero Dawn gespielt? Teil 1 habe ich gespielt, ja. Auf der PS4. Der Anfang hat mir recht gut gefallen, aber nachher war es auch einfach, weiß ich nicht. Ich fand, das hat immer mehr abgenommen, das Gameplay. Und war mir auch einfach zu groß und zu viel. Das hat mich an so Ubisoft-Formel erinnert. An die Assassin's Creed-Teile, so von dem, was man machen musste. Ich helfe dir bei der Suche nach den Hintermännern. Nun, um die Quelle zum Versiegen zu bringen, müssen wir ihrer Spur folgen. Meine Informanten haben berichtet, dass die Lieferungen aus dem Süden stammen. Wir unterhalten dort in einer verkommenen Burgruine einen Vorposten. Ich will, dass dort alles auf den Kopf gestellt wird. Kooperieren unsere Leute nicht? Zeig ihnen diesen Befehl. Damit solltest du jedweden Widerstand brechen können. Junge, wenn Dietrich dir den Durchsuchungsbefehl gibt. Wieso kann ich jetzt schon einen Verdacht äußern? Das wäre dann alles. Weggetreten. Oh, ich muss noch mal. Wir waren noch nicht mal da und können einen Verdacht äußern. Weißt du was? Ich sag das mal einfach spaßhalber. Wegen des Elex-Schmuggels. Ich habe jemanden in Verdacht. So? Wer ist diese Person? Shorty. Ein Händler der Outlaws. Und wo bist du auf diesen Outlaw gestoßen? Vor euren Toren. Ich nehme an, er wurde beseitigt. Ja, er ist tot. Gut. Aber ich bezweifle, dass dieses Subjekt hinter all dem steckt. Ein kleiner Fisch, der lediglich ein paar Splitter abgreifen will. Die wahren Drahtzieher wären niemals so dumm, sich so nah an den Hort zu wagen. Das wäre dann alles. Weggetreten. Doch, Vanitas. Die Witcher-Reihe würde ich auch im Stream irgendwann noch durchspielen. In ferner Zukunft. Da hätte ich auch Bock drauf. Also Witcher 3 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Witcher 2 mag ich auch sehr gerne. Witcher 1 habe ich nie wirklich durchgespielt. Das steht eigentlich auch schon seit Ewigkeiten auf der To-Do-Liste. Hat er hier eigentlich noch was zu erzählen? Handele im Namen Kalans und wir werden dich bei uns aufnehmen. Ja, ich bin dabei. Okay, also wenn einer im Namen Kalans handelt, dann ja wohl ich. Request. Der Lieferant. Dahin muss ich. Oh shit. Guck mal, jetzt haben wir die hier umgebracht. Beziehungsweise ein. Jetzt sind hier überall diese Viechers. Dann hätte ich die doch vorher umbringen sollen. Jetzt haben wir die meiner Arbeit geklaut hier. Von der Atmosphäre ist Witcher 1 der beste Teil? Hm, weiß ich nicht. Ich habe mich zu wenig mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich finde Witcher 2 und 3 von der Atmosphäre auch großartig. Und den finde ich nicht großartig, diesen Kampfkoloss da. Ist das nicht der, den wir sogar töten müssen? Läuft der Flamer schon? Nö, wir, uns fehlt noch ein Level ab. Sonst hätte ich den gerne getestet. Wenn du es mal unter Besser schaffst, gibt es dort sogar einen Alp, den du als Gefährten haben kannst. Unter Besser? Meinst du diesen komischen Alp, der nachher alle aufessen will? Physics. Hast du keinen Elex-Trank? Ich glaube nicht, aber ich könnte mal gucken. Wieso brenne ich in der Luft? Wieso brenne ich? In der Luft. Na, Kerstin, ich habe leider nur zwei Granaten. Okay, ich glaube, ich bin hier falsch. Das ist Elex-Level-Begrenzung. Dann muss ich wohl doch am Kampfkoloss vorbei. Hört hier die Map auf. Ja, also ich wollte ja hier hoch und dann hier lang, aber ich glaube, da geht es nicht lang. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo darüber. Ja, Broconaut, das hat auch kaum Auswirkungen mit den Elex-Tränken. Nur am Ende haben wir schon festgestellt, Demonsläufer hat es zwar noch erwähnt. Auf das Late-Game macht es halt Auswirkungen, aber sonst eher nicht. Ist das dieser Weg hier? Das könnte der Weg sein. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin falsch, abgebogen, oder? Ich hänge so lächerlich hinterher mit den Videos. Bin immer noch beim Google-Translate-Run von Gothic 2. Du haust aber auch raus. Na ja, jedenfalls. Baster-Stimme. Wunderbar, dann kannst du dir heute Abend einen Brennen. Ach so. Baster-Stimme. Ist mal eine Wurst, Bruder. Vielen Dank, Serso, für 20 Euro. Dankeschön, ne? Freut mich, dass es gut ankommt. Und ich meine, die ganzen Sachen, die laufen ja nicht weg. Du kannst es ja mit Trost in deinem Tempo schauen, wie du halt Zeit hast. Und ja, es ist ja auch viel, ne? Ich erwarte ja auch nicht, dass jeder da immer alles guckt, wenn es aktuell ist. Ich freue mich natürlich, aber das kannst du dir ja einteilen, wie du willst. Ganz alte Streams und so kannst du ja auch immer auf der Kanalseite finden. Und danke auf jeden Fall. Hallo, PK. Wenn man direkt zur Spielstadt zu diesen Separatisten rennt, kriegt man Elex-Tränke ohne Ende. Das waren richtig viele Skill-Punkte. B.B. hat das dialogtechnisch sogar einbezogen. Ja, das ist ja gut. Ist hier eigentlich irgendwas zu essen? Brause. Trockenfleisch. Die Google Translate-Runs sind auf jeden Fall sehr witzig gewesen. Sieht mich hier jetzt schon wieder. Moin, Justus. Wie es mir geht, PK? Och, soweit ganz gut. Und selbst? Danke der Nachfrage. So, einfach von dem Monster, das dich verfolgt, fliehen und ins Bett. Da ist man doch sicher. Zu einfach. Guck mal, hier sind die gleichen Gitter wie ein Gothic. Oh Junge, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist Elex direkt wieder sehr weit oben auf der Liste. Die Gitter-Käfig-Anspielungen sind einfach sehr gut. Bromos, sicherlich, klebt mir immer noch im Kopf. Das war auch, ich glaube, das war auch eins der besten Dinge. Sind deine Mädels immer noch dick? Immer noch dick? Sicherlich. Das ist so dumm und gleichzeitig so genial. Als ob man das in Frage stellen müsste, ob die Mädels immer noch dick sind. Wann kommt der Gothic-Film in 80er-Style? Wann kommt der Film? Ich habe doch schon mal ein Video gemacht, wie Gothic als Film aussehen könnte. Wann werde ich denn zu Elex gezwungen? Ich mich selbst. Weil ich gesagt habe, wir spielen Elex und einen Souls-Titel im Wechsel. So war das. Das Lager wird angegriffen. Die Junge, er rastet komplett aus. Ja, schönes Camp hier. Melde gehorsamst. Akulyt zur Ausbildung angetreten. Anzug ist gerichtet und Stiefelputz verbessert. Was soll diese Begrüßung? Ich prügel mir die Standardsätze rein, weil schon bald die nächste Inspektion ansteht. Wenn ich da erneut Fehler mache, werde ich wieder zur Waffenreinigung verdonnert und darf mir unzählige Predigten anhören. Souls, Dark Souls, Fragezeichen? Ja, Dark Souls 1 und 2 haben wir schon durch. Du kannst dir auch die alten Streams angucken bei Interesse Aristoteles. Und Molred, ich wollte zu den Klerikern und mich denen anschließen. Und vielleicht schaffen wir das im morgigen Stream. Aber ich werde mich für heute jetzt verabschieden. Es ist jetzt 8 Uhr. Das bedeutet Essenszeit für Jorgensson. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung, Leute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid morgen wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Elend, das Spiel. Macht's gut, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.